Julius, gibt es heute keinen Jingle? Jo. Du musst Nein sagen. Das ist Geburtstag. War das Happy Birthday? Das war Happy Birthday. Ich hab gedacht zum Geburtstag. So mit einem Ton. Nee, ich hab halt genau. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, TDZ, Happy Birthday to you. Nee, ich hab, das ist der älteste Jingle, den wir haben. Das ist aber nett, dass du darauf rekurierst. Ja, selbstverständlich. Erstens das, zweitens hatte ich keine Zeit, einen neuen zu machen. Aber ich dachte, zum 50. kann man das mal machen. Außerdem, zum 50. Erklären wir den Leuten erstmal, was wir sind. Wir sind herzlich willkommen bei Team Totale Zerredung, dem besten Podcast. Ich würde, also jetzt, besser als Sex hat aufgehört, also sind wir der beste Podcast. War vorher besser als Sex der beste Podcast? Weiß ich nicht, hab ich jetzt einfach behauptet. Okay. Auf jeden Fall haben die leider aufgehört, deswegen machen wir das jetzt. Herzlich willkommen zu Besser als TDZ. Hallo, André Herrmann. Julius Fischer. Na? Na? Ja, es ist Wahnsinn, es ist viel passiert. 50 Jahre alt sind wir jetzt schon. Ich habe aus Gründen jetzt neulich mal meine Biografie zusammengeschrieben und hab dann festgestellt, dass der Podcast, den ich vor dir hatte, ne, mein Ex-Podcast, dass der 54 Folgen lang war. Das heißt, wir nähern uns der magischen Marke. Genau ein Jahr war das? Ein Jahr sind doch 56 Wochen. Nein, 52. Geil. Einigen wir uns auf die Mitte, hä? 54. Toll. In dieser Unterhaltung. 52 oder 53 Kalenderwochen? In dieser Unterhaltung ist alles drin, was uns ausmacht. Einfach dummes, erst mal gezieltes Halbwissen verbreiten. Da war ich mir jetzt aber schon relativ sicher, weil ich es auch nachgeguckt habe und habe gesehen, dass wir am 27. September war das, glaube ich, zum ersten Mal eine Folge rausgebracht haben und da dachte ich, das ist ja bald. Das ist der Geburtstag von meinem besten Freund. Siehste? Und 2014 war da, oder irgendwann war da mal Bundestagswahl. Das mag sein. Ja. An einem Donnerstag. Nein, ich war Quatsch. Ich weiß, dass die Wochentage variieren. Und nach einem Kollegen von uns ist der 27. September auch Drunken Neals Day, weil er sich an diesem Tag vor ein paar Jahren einfach mal so unfassbar abgeschossen hat und so, aber auch in Gesellschaft und so unglaublich unangenehm war. Du warst dabei. Du kannst ja, da saßen wir zusammen in einem Pub. Ach, oh ja, ich weiß es. In einem Pub auf der Kurt Eisner Straße und er hat irgendwann diesen Spiegel, der über ihm war, immer wieder so angeditscht, wenn er aufgestanden ist. Er hat ein Glas zerstört. Das fanden auch alle sehr, sehr lustig in dem Laden, also nicht. Ja, und deswegen haben wir diesen Tag Drunken Neals Day genannt. Ich schaue nach, nicht, dass ich irgendwas Falsches erzähle. Es war der 27.9. Ja, siehste. Also schon mit mehreren Bedeutungen, mit mehreren Bedeutungen erlegt, belegt meine ich, mit mehreren Bedeutungen erlegt. Ich habe dieses Reh mit mehreren Bedeutungen erlegt. Und, und es ist, also was jetzt, wir sehen es ja nicht, aber die Leute werden sich denken, fuck, ich habe den falschen Podcast abonniert, direkt deabonniert, weil es gibt ein neues Logo. Ne. Wir haben ein neues Cover. Doch, ich habe dir das doch gezeigt. Ach, dieses. Ja. Das, ja. Das alte, was wir eigentlich schon in Folge 6 gemacht haben und seitdem rumliegt, weil wir dachten, das müssen wir mal für was Cooles aufheben. André, ich habe Geschenke für dich, tatsächlich. Sag mir die Geschenke. Soll ich dir sie sagen? Du kannst sie mir auch zeigen. Ich gebe sie dir auch. Also das eine Geschenk habe ich gekauft, weil es haltbar ist bis zum 20.02.2020. Es sind weiße Schokobons. Wie geil ist das denn? Ja, Mann. Du warst, ich weiß, wo es die gibt. Geil. Ja, außerdem habe ich dir natürlich zum Probieren zwei Kohlen gekauft, die nicht im Cola-Ranking drin waren. Oh Gott, es wird ja immer besser. Ich habe extra die Zerpedia aufgerufen, um zu schauen, ob du sie schon bewertet hast. Zeig mir. Ich gehe davon aus, sie sind leider nicht kalt. Nicht reden, zeigen. Ich gehe davon aus, dass du sie schon mal, also die hattest du doch schon mal, oder nicht? Die habe ich tatsächlich letztens getestet. Die ist jetzt gerade, auch die ist drin mittlerweile. Echt? Nee, aber die war gestern noch nicht drin. Ähm, dann habe ich die vielleicht vergessen. Das tut mir leid. Aber tatsächlich, letztens vor zwei Wochen oder so habe ich die getestet. Das ist dann mein Fehler. Soll ich sie in den Tiefkühler legen, damit sie kalt ist und du am Ende ... Stell sie einfach normal in den Kühlschrank. Okay, sehr gut. Und die zweite, die fand ich zu pervers. Die musste ich dir einfach kaufen. Stimmt, ich habe sie nicht reingekauft. Das ist, es ist der Wahnsinn. Es ist einfach, also ... Ich glaube, die normale davon hast du bestimmt schon mal probiert. Aber das ist, das ist einfach, das geht gar nicht. Oha. Mit extra Koffein. Mit extra, es ist ein, es ist der Sinalco ... Cola Mix Grapefruit. Es ist der Sinalco Cola Mix Grapefruit mit extra Koffein. Alter. Ja, es ist alles ... Okay, das ist wahrscheinlich genauso pervers, wie ich es mir vorstelle. Ja. Okay. Fand ich aber sehr, sehr gut. Kannst du das auch mit da reinstellen? Die würde ich gerne in den Tiefkühler legen, damit wir die ... Ach so, ja. Damit wir die am Ende der Folge verkosten können, wenn wir es nicht vergessen. So wie ich uns kenne, vergessen wir das. Ja, es wäre schön, wenn ihr uns daran erinnert, bitte. Ich finde unser neues Logo richtig cool. Vielen Dank, Enrico, für die Fotografierung und Gestaltung. Und es ist geil. Also das ist jetzt natürlich viel, viel erwachsener. Es sieht mehr nach Podcast aus. Es sieht einfach, es ist der Hammer. Also mir gefällt es sehr gut. Also an dieser Stelle muss ich tatsächlich auch mal eine Lanze brechen für einen Mann, der wirklich fast aussieht wie eine Lanze. Nämlich Enrico, Enrico Meier, unseren Fotografen. Wenn ihr mal einen Fotografen braucht, einfach den fragen. Er ist zwar teuer, aber es lohnt sich. Mhm. Mhm. Das ist ja ein Schokobong. Ich habe ja selber noch nie weiße Schokobongs gegessen, deswegen ... Pass auf, Geschmacksexplosion. Das wäre so lustig, André, wenn wir uns von diesen ganzen Sachen wirklich sponsern lassen würden, was wir nicht tun. Das ist eigentlich total dumm, ne? Aber ich habe dir das einfach wirklich mitgebracht, weil ich weiß, dass du diese Produkte gerne leiden kannst. Mhm. Versuch nicht am Mikrofon zu essen, weil es einfach super egelig ist, wenn Leute das machen. Hast du es gerade schon gehört? Was habe ich gemacht? Hast du gehört, dass ich am Mikrofon zu essen habe? Nee, ich habe mich weggedreht, weil ich mich selbst nicht hören möchte dabei. Wow. Was ist passiert? Vieles ist passiert in der vergangenen Woche. Es war der Tag der offenen Tür bei der Deutschen Bahn und es war einfach ein magischer Tag. Die Sonne hat geschienen. Ich bin hier in Leipzig extra nicht mal Hauptbahnhof eingestiegen, weil ich dachte, da kommen bestimmt die Massen und es war so. Ich bin in den Zug rein, er war schon sehr, sehr gut voll mit Leuten, die stellenweise aus dem Erzgebirge kamen und nach Dessau gefahren sind zum Tag der offenen Tür. War das der Sonderzug? Nee, nee, das war die ganz normale S-Bahn. Es gab keinen Sonderzug. Das haben sich auch Leute beschwert. Moment, ist das eine, die auch unterirdisch fährt? Die S-Bahn? Ja. Na klar. Wirklich? Das fährt von, und die fährt dann von Altenburg oder was? Haben wir darüber schon mal gesprochen? Hä, du kennst doch die Leipziger S-Bahn. Nein. André, ich fahre entweder Fahrrad oder ICE oder Auto. Natürlich, der City-Tunnel. Ja, na das kenne ich, aber ich wusste nicht. Ja, da fährt die S-Bahn. Da fährt die S-Bahn durch von Altenburg oder von Kiewa bis nach Flensburg oder was? Nein, die fährt nur durch Leipzig unterirdisch. Ja, das ist mir klar, dass die nur, ich bin da nicht gescheuert. Und dann wird die normal zum Regionalexpress oder Regionalbahn und fährt dann bis dahin. Und die endet immer bei der Deutschen Bahn, weil weiter muss man ja eigentlich auch nicht. Toll. Bis dahin waren die Züge und das war toll. Die Leute waren alle, alle waren fröhlich, alle haben ständig aus dem Fenster geguckt und gesagt, guck da, der Güterzug, der fährt jetzt die und die Strecke. Und dann waren alle, nee, das ist doch die andere. Nee, nee, könnte man denken, ist aber nicht. Guck dir an, der hat 52 Hänger. Sorry, da muss ich gleich mal die Euphorie ein bisschen dämpfen, aber ich finde es seltsam, wenn Leute eine weirde Obsession mit Güterzügen haben in Deutschland. Es tut mir leid. Die haben alle, alle Züge finden die geil. Die haben auch dann alle Loks. Dann musst du das aber auch rausstellen, weil ansonsten denke ich mir sehr schnell, Rentner, die Güterzüge geil finden, nichts aus der Geschichte gelernt, was geht? Ach, die transportieren ja Waren. Es geht ja um Warenströme durch ganz Europa. Es ist schön, wie du sozusagen, wie du eigentlich im Herzen links bist. Ich wollte das Thema noch ein bisschen vermeiden. Aber wenn es um Eisenbahnen geht, da wirst du plötzlich einfach ganz schnell, aber ganz schnell zuckt da die Hand. Hä? So ein Quatsch. Ich würde dich nur ein bisschen provozieren. So ein Schwachsinn. André, ich würde dich provozieren, weil ich auch natürlich, sorry, erzähl erst mal tatsächlich vom schönen Tag der offenen Tür. Eben. Da war Samstag, da war noch alles gut. Ja. Das war einfach ein wunderschöner Tag. Wir haben uns die Lehrwerkstatt angeschaut. Ich habe kurz, dann habe ich eine Werbung gesehen, da stand drauf von wegen, werde auch du, schließ auch du dich uns an, lock dich ein. Wirklich? Und da war ich kurz davor, auch eine Ausbildung zu beginnen bei der Bahn. Die Arschleche. Vielleicht als Mechatroniker, vielleicht auch als, weiß ich, was mal ein Lockführer. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich wurde aufgehalten von einer Gulaschkanone. Dann haben wir da richtig ehrlich Erbsensuppe gegessen. Herrlich. Dann standen wir da rum. Dann, ich habe Leute mit Lego-T-Shirts gesehen. Also der Lego-Minister hat seine Leute überall. Ja, natürlich. Aber es sind sehr, sehr schlechte Spione, denn man kennt sie einfach sofort. Dann war ich, dann haben die da so. Ist mein Mikro eigentlich noch an? Ich bin nämlich gerade aus Versehen ans Kabel gekommen, aber kriegst du da noch? Alles an. Geil, okay. Dann, dann haben die da so Stände gehabt und ich war bei allen Ständen quasi Mitglied. Da war die Bahn-BKK, das ist meine Krankenkasse, dann war da die DEVK, da bin ich auch versichert. Das ist alles toll. Also die kannten mich auch. Die haben gesagt. Ja, natürlich. Sie sind ja bei uns Mitglied. Und ich meinte, genau. Woran haben sie es gesehen? Und die so eine andere. An einem riesen T-Shirt. Ja. An meinem Bahn-BKK-T-Shirt. Hast du so ein Sponsoring-T-Shirt mit allen Ständen drauf? Nee, leider nicht. Leider nicht. Ich habe ja auch leider nicht mehr diese schöne DB-Latzhose, die ich hatte. Und es war so geil. Mein Vater war ja auch so, mein Vater war ja mit, der hat ja dann allen so gezeigt, na hier machen wir das und hier machen wir das. Und das Ding war, ich glaube, alle Besucher dieses Tages waren quasi, ein Viertel waren Väter, die da arbeiten, also diese Mütter. Und drei Viertel der anderen waren die, die mitgeschleppt wurden. Und weil überall standen so stolze Fatis, die gesagt haben, na ja, da speichern wir den Reifen auf, da machen wir hier und das. Und da wurde hier gespleißt und weiß ich was. Toll. Und dann gab es so abgesperrte Wege, damit man nicht überall da im Werk rumläuft. Und jeder, jeder dieser Fatis natürlich von wegen, ach ja, da gehen wir jetzt einfach mal durch. Und alle so, nee, nee, ist doch abgesperrt. Ah, Quatsch, da gehen wir jetzt einfach rein. Und dann sind wir da einfach so rumgelaufen. Die haben das wahrscheinlich vorher. Arbeitsplatz von meinem Fatis gesehen. Oh. Aber die haben das bestimmt vorher besprochen, dass sie dann sozusagen, ey, und dann machen wir an der einen Stelle, da machen wir so ein Action-Ding. Da behaupten wir, hier dürfte man nicht rein. Ja, genau. Aber wir gehen einfach rein. Und die Leute werden sich für immer emotional an uns binden. Genau. Ja. Und der, und der, ähm. Lock-Action-Hero. Sohn von meiner Cousine. Lock-Action-Hero. Der Sohn von meiner Cousine, der war wie du. Der hat auch so, oh nee, hier ist ja abgesperrt. Hier können wir nicht durchgehen. Äh, ich geh wieder raus. Und alle so, komm, wir gehen da jetzt rein. Das ist doch schön. Ja. War ein herrlicher Tag. Sorry, aber ich hab am Samstag auch, äh, ich hab am Samstag, bin ich tatsächlich genau über diesen Schatten meiner selbst gesprungen. Ich bin am Samstag über Rasen gelaufen, über den man nicht drüber durfte. Ja. In Bayern. Aber da fiel es mir auch leicht, weil da, äh, gegen Regeln zu verstoßen, das gehört ja fast zum guten Ton. Ich hatte am Samstag meine Füße in einem bayerischen Fluss. Es war ein Traum. Ich hab, äh, mit meinen, äh, mit meinen kleinen Neffen, sagt man das so? Ja, ich glaube schon, ja. Äh, hab ich, also sozusagen Schwibbneffen. Was ist denn ein Schwibbneffe? Naja, sozusagen. So ein Neffe aus Holz aus dem Erzgebirge. Naja, nicht von, nicht von Brüdern, sondern von Schwagern. Das verstehe ich nicht. Na, ich bin der Onkel, aber der Angeheiratete. Ach so, dann bist du ja trotzdem der Onkel. Ja, also meinen Neffen, äh, hab ich Steine flitschen lassen die ganze Zeit. Das war geil. Ähm, und, äh, also wirklich tatsächlich hab ich den auch, die sind ein bisschen jünger noch. Die sind alle so 23. Mit denen hast du mal einen Ausflug gemacht. Hast du gesagt, der Onkel Julius, der, komm, wir gehen mal. Die sind natürlich übelst jung. Ne, wir waren alle zusammen, wir waren Familientreffen und wir waren alle zusammen dann in den Biergarten und da konnte man aber unten ans Wasser ran und dann halt sich in den Fluss stellen und, 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 äh, Steine, Steine titschen lassen. Und ich hab, einmal hab ich sieben geschafft und hab auch dem sehr kleinen Neffen, äh, gesagt, du musstest ein bisschen mehr aus der Hüfte machen und dann hat er drei geschafft. Das war, da war ich sehr stolz auf meine... Hast du gesagt, von wegen, nicht mal halb so viel wie ich, du kleiner Loser. Genau, und dann hab ich ihn untergetaucht und ich weiß nicht, wo er jetzt ist. So war das. Und dann, äh, hab ich abends einen, äh, mir überlegt, ich werd jetzt doch, ich werd, will doch was anderes machen. Ich will Puppenspieler werden. Und meine erste Puppe wird aus einer Pringles-Packung sein. Weil ich hab nämlich, ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast, ich hab durch Zufall auf die Pringles-Packung gedrückt und dann hat sich sozusagen oben der, der... Oh Gott, hast du die? Der Verschluss, der Verschluss hat sich so bewegt, so nach oben. Ach so, da wurde quasi die, was die Werbung jahrelang gemacht, äh, gezeigt hat. Genau, und das würde ich jetzt gerne aber machen. Hast du jetzt rausgefunden. Ja, aber bei mir wäre es halt die Bad Pringles-Packung, die dann die ganze Zeit immer mit den Leuten redet und sagt, ich mach dich fett, komm, iss mich. Ich find das lustig. Aber ja, gut, vielleicht bin ich da... Nee, iss grad. Was? Ich hab grad noch so ein leckeres Produkt genossen. Süßigkeit gegessen, okay. Ja, ich fand das auf jeden Fall lustig. Hast du dich quasi entschlossen, einfach was noch Unerfolgreicheres zu machen? Als diesen Podcast, ja. Nee, als alles, was wir machen. Nee, als diesen Podcast. Das ist ja, das ist ja, wir zahlen ja hier quasi immer noch drauf. Und dort würde ich aber noch mehr drauf zahlen, glaube ich. Und es wäre auch noch scheiße. Bei dem Podcast sind ja zumindest die Sachen, die ich sage, hin und wieder mal gut. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Meinung zu Puppenspielen, außer, dass ich so Urmel aus dem Eis und sowas mega cool finde. Aber ansonsten, weiß ich nicht. Ich find, glaube ich, die Leute, alle Leute, These, alle Leute, die Puppenspieler sind und es nicht professionell bei der Augsburger Puppenkiste machen, sind weird. Im Privaten oder? Ja, im Privaten, also im Privaten noch mehr. Ja, okay. Finde ich jetzt, also, ja, alle sind weird. Ja, aber dann gibt's immer noch die, die so kleine Figuren an Schnüren rumtanzen lassen. Ja, oder, naja, gut, aber zum Beispiel, aber zum Beispiel Michael Hatzius mit der Echse ist auch Puppenspieler. Der sich jetzt zum Beispiel, weil die Echse, das fand ich auch krass, die Echse hat ihm den ganzen Ruhm geklaut. Ja. Und jetzt heißt der nämlich Michael Hatzius und die Echse. Früher hieß sie nur die Echse. Ja. Und dann hat er nämlich gemerkt, oh, scheiße, die Echse wird bekannter. Niemand erkennt mich. Und, beziehungsweise, wenn ich erkannt werde, heißt es immer auf dem Weg, du bist doch der Typ, der die Echse macht. Und dann, und die Echse hat dann gesagt von wegen, ja, aber erst, ich bin die Echse. Ja, aber dann frag mal Marc-Uwe. Eben. Also, hast du wohl, hast du ein Haltes-Kanguru gelassen? Eben. Ja, also insofern. Deswegen schreibt er jetzt auch mal seinen Namen um auf die Bücher drauf. Ja, und dich fragen die Leute jetzt auch ständig, wo ist denn Julius? Was? Zum Beispiel, natürlich. Okay. Haben sie mir erzählt, dass sie dich das immer fragen? Nein, natürlich nicht. Diese Puppenspieler-Freunde. Naja, es gibt ja dann, also es gibt ja einfach so viele Unterschiede. Es gibt ja auch zum Beispiel, der war auch mal, glaube ich, bei Comedy mit Carsten Hans-Dings, wie heißt der denn? Der mit dem Holzfeuerwerk. Der ist halt einfach nur verrückt, aber auf so eine schöne Art. Ja, das meine ich ja. Ja, ja. Das unterstützt ja meine These. Leute, die von hinten in irgendwas, sozusagen, oder von hinten unten in irgendwas reingreifen oder irgendwas steuern müssen mit Schnüren, die haben vielleicht ein bisschen eine Meise. Ja. Aber findest du das jetzt so? Dann möchtest du so ein Puppenspieler werden, also so einer, so ein Reingreif-Puppenspieler, möchtest du so einer von oben sein? Nee, ich möchte so ein Raufdrück-Puppenspieler sein. Okay. Also, ich möchte sozusagen, also, was, ich glaube, mein liebstes Ding wäre, wenn ich aus Alltagsgegenständen Kunst mache, wie zum Beispiel aus der Pringles-Packung oder wie Charlie Chaplin mit dem Brötchentanz, weißt du, die zwei Gabeln ins Brötchen gesteckt und zack hat er irgendwie animierte Schuhe und das alles in den Zwanzigern und das ist fantastisch. So was möchte ich gerne auch machen. Ja, aber da ist halt so ein riesiger Unterschied zwischen den Leuten, die Charlie Chaplin sind und das machen. Die sind halt schon Charlie Chaplin und dann gibt's die Leute, die aus Müll sagen, sie machen Kunst und verkaufen das dann in Brandenburg in ihrem Hofladen und das ist einfach scheiße. Und man geht da hin und sieht so von wegen, Alter, das ist Müll. Das ist keine Kunst. Und dann sagen die so, doch, aber jedes Dorf braucht einen Künstler und ich bin das. Nein, bist du nicht. Du bist verrückt. Nimm die Hand da aus der Puppe. Ja, aber sowas wäre ich ja dann nicht. Ich wäre ja dann bei den ganzen erfolgreichen Formaten beim RTL Comedy Grand Prix und sowas. Und keine Ahnung, ich bräuchte halt noch irgendwie einen guten Namen, sowas wie Dick und Dick. Weißt du? Und dann... Meinst du, du... Meinst du, wer das... Kannst du das machen, wenn wir dir eine Puppe erfinden? Ja, okay. Und quasi, wir machen einfach so und in zehn Jahren lösen wir das auf und wegen Haha verarscht, wir haben nur eure Konzernprinzipien offengelegt. Natürlich. Aber wäre ich dann... Und das klappt. Und hätte ich dann immer aber so einen Morphsuit an, so ein schwarzes, ist, dass man mich wirklich nicht sieht. Also, dass ich komplett hinter der... Dass du immer vor Schwarz auftrittst. Ja. Und man auch überhaupt nicht an den Umrissen erkennt, dass ich das bin. Nee, ich fände es ja auch schon lustig, wenn du quasi eine sehr dünne Figur hast, die sich dann ständig über dich lustig macht. Und dadurch problematisieren wir auch so ein bisschen Body Shaming und sowas. Ja. Und um dann... Man ist auch moralisch auf einer Höhe. Und die Figur heißt, damit wir auch in den Englischsprachen kommen, eben... Nee, Dick halt. Dick. Ja, Richard. Also Dick. Und ich bin Dick. Deswegen Dick und Dick. Ah. Verstehst du? Ja, das ist auf jeden Fall der Humor, der wird funktionieren. Genau. Das ist genau die richtige Höhe. Und das zweite Programm heißt Dick, Dick, Dick und Dick. und da kommt dann noch ein Pimmel mit dazu. Und dann läuft es bei RTL, aber rauf und runter, du. Mhm. Bin ich aber auch der Einzige hier gerade, der das lustig findet, ne? Ach was, die ganzen Leute, die hier zuschauen. Ach, André. Applaudieren. Ach, André. Ich will den Joker-Film sehen, habe ich jetzt festgestellt. Ja, klar. Das ist der Hammer. Endlich. Ich finde es ja, also man soll die Toten ja ruhen lassen. Aber folgendes. Aber folgendes. Aber. Aber ich pisse auf eure Gräber, oder was kommt jetzt? Nein, überhaupt nicht. Ich meine ja nur, ich finde. Hast du dir das überlegt? Ja, ja, ich habe es mir überlegt. Ich finde, ich finde, ich finde es, ich finde zum Beispiel die Joker-Darstellung von Heath Ledger, die war ja total super. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie durch seinen Tod künstlich überhöht wird. Und deswegen finde ich es gut, weil das nämlich meine These bricht, dass wenn jemand kommt und etwas ebenso Gutes macht oder vielleicht sogar Besseres, wie die Darstellung von Joaquin Phoenix vom Joker, der sich nämlich einfach auf einer ganz anderen Ebene nähert, in einem anderen Blickwinkel, dass dann die Leute doch bereit sind, ihm zuzugestehen, dass er das auch sehr gut macht. Weil normalerweise hätte ich von der Menschheit erwartet, dass sie sagen, ja, aber der Heath Ledger. Das, besser ging es nicht. Und deshalb kann nie wieder jemand auch nur ansatzweise, nein, du kannst nicht den Joker spielen. Wenn du es machst, bist du immer schlechter. Und das fand ich eigentlich eher ein Lob an die Menschheit, was ich gerade versuche zu sagen. Wow, das war aber sehr umständlich. Ja. Mit anderen Worten, ich sollte dann nach meinem dritten Programm dick, dick, dick und dick, wo dann aber noch einer irgendwie nach irgendwas schürft, zum Beispiel nach Gold, nämlich der Digger. Oh, dick und Digger wäre auch ganz gut. Und dann müsste ich sterben. Und dann, André, man hört halt, wie du die Schokobongs auspackst. So mega unauffällig, während ich erzähle. Ist klar. Das ist wie ein Kino, ja. Ja, ja, natürlich. Mach dein Ding. Dann sterbe ich und dann wird dick, dick, dick und dick oder dick und Digger wird dann einfach das Mega-Ding. Weil ich gestorben bin. Mit dem von Joaquin Phoenix. Und dann kommt irgendwann Joaquin Phoenix und hat extra für die Rolle 30 Kilo zugenommen. Und dann sagen aber alle, dann sagt die Menschheit aber, nee, nee. Ja, so wie vorher kann es aber nicht mehr sein. So wie vorher kann es einfach nicht mehr sein. Apropos Dick und Digger, ich muss mich an dieser Stelle positiv aufregen, also freuen über tatsächlich eine Person. Ich habe ja gesagt, ich will abnehmen. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, weil ich dicker werde. Und es hat tatsächlich eine Personal Trainerin mir geschrieben, persönlich und hat gesagt, wir können das gerne mal, ich habe ein sehr einfaches Prinzip. Sie ist zwar keine Ökotrophologin, aber sie möchte mir helfen und ich glaube, ich werde das ausprobieren. Ich habe tatsächlich jetzt mich am Wochenende auch viel bei einem Familientreffen darüber unterhalten. Das glaube ich. und die haben mir alle, natürlich, und die haben mir alle Intervallfasten empfohlen und das habe ich jetzt mal einen Tag gemacht. Und dann bist du wieder ausgerastet. Und das ging. Aber Intervallfasten heißt einfach, isst bis 14 Uhr nichts oder wie? Und dann isst ab 18 Uhr nichts mehr. Intervallfasten heißt, isst acht Stunden was und dann isst 16 Stunden nichts. Das heißt, ich esse was zwischen 10 und 18 Uhr und dann von 18 bis um 10 Uhr am nächsten Tag wieder nichts. Aber nur eine Verständnisfrage, warum funktioniert das? Weil du sonst einfach die ganze Zeit gegessen hättest und dadurch so ein paar Esstermine quasi gemieten werden, weil, um Markus Barth zu zitieren, die Kalorien wissen ja nicht, welche Uhrzeit es ist. Ich stelle mir ja auch den Wecker nachts noch mal, um noch mal das halbe Hähnchen zu essen. Nein, aber ich meine, du kommst ja mal nach Hause und schmierst dir noch ein winzig kleines Brot. Genau. Und das machst du eben nicht und deswegen ist meine Frage. Und das würde eben nicht passieren, genauso wie auch natürlich, also das müsste man dann zum Beispiel, wenn man Bock hat, abends Wein zu trinken, müsste man das halt über die Woche planen und timen, dass man... Dass 14 Uhr getrunken wird. Das zum Beispiel. Oder dass man eben, was weiß ich, das Frühstück und das Mittag weglässt und erst ab 16 Uhr überhaupt Dinge zu sich nimmt und dann eben 16 bis 24 Uhr und dann aber am nächsten Tag auch erst wieder 16 Uhr. So ungefähr ist das, glaube ich. Also man kann da schon... Warum? Weil ein Glas Wein eine halbe Stunde ist oder was? Nee, weil ein Glas Wein Kalorien hat und es geht ja darum, dass man 16 Stunden lang seinem Körper keine Kalorien zuführt, damit der anfangen kann, die Reserven anzugreifen. und du willst nach 18 Uhr Wein trinken. Das meinst du damit? Zum Beispiel. Ach so. Und das würde ja dann nicht gehen, wenn ich, also genau, bis 18 Uhr würde gehen. Ja, und deswegen nimmst du dann quasi, wenn du 18 Uhr einen Wein trinkst, nimmst du so viele Minuten vom Anfang des Tages weg, bis es passt. Genau. Das ist doch Kalorien zählen. Auf eine Art, ja. Klar ist es irgendwie auch... Ja, nee, es ist nicht Kalorien zählen. Na klar, also du musst ja nebenbei trotzdem aufpassen, was du isst, weil du kannst ja nicht sagen, von wegen ich esse 8 Stunden am Tag bloß, aber ich esse es doppelter wie vorher. Ja gut, das ist Quatsch. Also das würde dann, das würde natürlich nicht funktionieren. Du musst trotzdem im Rahmen bleiben. Aber warum, also was ist der Twist dabei? Also warum soll das funktionieren? Wie gesagt, die Kalorien kennen ja keine Uhrzeit. Ich habe mich weder damit wissenschaftlich schon auseinandergesetzt, außer dass ich gelesen habe, es gibt noch keine Langzeitstudien, aber es ist auch nicht gefährlich. Und ich habe es noch nicht selber ausprobiert, deswegen kann ich dir diese Fragen komplett nicht beantworten und behaupte einfach nur, dass, oder nee, ich behaupte es nicht, sondern was mich daran überzeugt ist, dass es mir sehr viele unterschiedliche Menschen aus meinem Freundeskreis... und es ist eben nicht, wie ich es sonst immer den Fehler gemacht habe, keine Diät. Es ist nicht keine Diät, also es ist keine Diät, sondern es ist eine Ernährungsumstellung und ich kann halt keine Diäten mehr machen. Wenn ich noch einmal eine Diät mache, dann werde ich einfach 40 Kilo zunehmen, ohne irgendwas zu tun, weil ich nicht die Disziplin habe, das dann auch durchzuziehen und die Konsequenzen zu ziehen. Aber wenn ich weiß, ich darf 16 Stunden nichts... Ach nee, warte mal. 16 Stunden essen? Nee, 16 Stunden nichts essen und 8 Stunden was essen, dann kann ich mich dieser Regel unterwerfen. Das ist einfacher als andere Sachen. Oder ich probiere es andersrum. 16 Stunden essen und 8 Stunden nichts essen? Ja. Na, das machst du ja jetzt quasi. 8 Stunden schläfst du ja. Ich schlafe doch nicht 8 Stunden. André, ich habe zu tun. Ja, das merke ich. Gestern hatte ich Besuch, da musste ich kochen. Habe ich mich verbrannt. Das erste Mal in meinem Leben. Hier, guck dir die Brandblase an. Äh. Das ist geil, oder? Das sind sogar drei, oder? Ja, nein, es sind zwei und da stimmt, da unten ist noch so eine Art... Ja. Aber das ist doch fett, oder? Du musst aufstechen. Nein. Warum nicht? Die soll... Die wurde verödet von so einer Creme, von so einer Brand- und Wundsalbe. Die sieht aber nicht verödet aus. Die ist doch total prall. Naja, aber die Ränder wurden verödet. Was weiß ich denn? Ich steche da da nicht rein. Warum nicht? Weil ich das... Ich lasse das von selbst. zurückgehen. Die Flüssigkeit soll wieder in meinen Organismus zurückgeführt werden, die jetzt in der Blase ist. Aber wenn die Leute Flüssigkeit im Knie haben, wird die ja auch rausgezogen. Ja, aber das ist ja was anderes. Das hindert die ja beim Laufen. Die oberflächliche Wundflüssigkeit in der Brandblase hindert mich ja nicht am irgendwas tun. Außer gut aussehen, natürlich. Aber vielleicht gibt es auch irgendwo eine Lady, die Brandblasen total gut findet. Und vielleicht treffe ich die heute. Äh. Ja, es gibt alles. Es gibt garantiert auch Leute, die auf so Verbrennungen stehen. Und dann, die finden das dann geil, wenn die die anfassen, die Leute machen das, ah, ah. Und dann sagen die, oh geil, oh, ah. Ja. Und dann gibt es so ein vicious Circle aus, ah, ah und ah, ah. Ja. Dann stehen sie nebeneinander. Ah, ah, ah und ah. Ja, genau. Und dann werden das immer mehr, weil die Leute. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf meine, auf meine Diät. Äh, nicht Diät, sondern auf meine Ernährungsumstellung zusammen mit, mit der, der Dame, die mir das angeboten hat. Und, äh, ich bin schon sehr gespannt. Also sie hat tatsächlich, sie hat auch gesagt, das Einzige, was ich, äh, nee, sage ich nicht, wie viel ich bezahlen muss. Es hat auch noch irgendjemand anders geschrieben, von wegen, äh, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit, äh, ich hab einen Ökotrophologen, ich bin eine Ökotrophologin, ähm. Ach echt, wir haben zwei konkurrierende Angebote. Ich weiß es nicht. Das möchte ich dann, weil die hat mir nämlich nicht geschrieben. Dann ziehe ich natürlich alles zurück und behaupte jetzt erstmal, ich höre mir erstmal beide Leute an, ich setze sie auch nebeneinander und lasse sie erstmal so ein bisschen erzählen und vielleicht auch so ein bisschen aneinander konkurrieren. Vielleicht zahlen sie mir am Ende Geld dafür, dass sie, dass sie mir helfen abzunehmen. Ist es billiger als die Bostransformation? Ich glaube alles. Im Zweifelsfall würde ich immer noch das machen. Ich glaube alles ist billiger als die Bostransformation. 120 Euro kostet die. Die kostet, ja, im Monat. Das geht ja auch nur drei Monate. Also 360 Euro. Nee, ich glaube die kostet nur 120 Euro komplett. Das glaube ich nicht. Doch. Aber. Ich will dafür überhaupt keine Werbung machen. Hast du jetzt aber. Ach Quatsch. Doch, du hast gerade gesagt, dass, äh, so auszusehen wie Kollegah 120 Euro kostet. Namensnennung ist keine Werbung, wenn wir kein Produkt machen. Wie Kollegah TM? Was? Ich habe es jetzt noch als Trademark benannt. Ich habe doch keine Ahnung, wie das mit Werbung ist, André. Na, alles gut. Aber du darfst jetzt nicht nachgucken. Ich habe nämlich ansonsten, ist mir, ist in meinem Leben nichts weiter passiert. Tatsächlich. Ich habe seit, wann haben wir uns das letzte Mal unterhalten? Letzten Mittwoch. Äh, und seitdem ist nichts passiert. Außer, ach doch, ja, stimmt. Doch. Scheiße. Die Wahl. Das war ein bisschen gruselig. Ja. Total. Also, ich habe noch was anderes. Wir können ja gleich über die Wahl reden. Das ist einfach ein, ein so schlimmes Thema. Ähm. Du hast du den, hast du den neuen CSU-Beitrag gesehen? Also den ersten CSU-Beitrag? Nein. Dass die CSU jetzt YouTube macht. Mit coolen, freshen Leuten. Und das heißt CSU? CSU. Hashtag CSU. Äh, und lustigerweise, was aber überhaupt nichts mit Rezo zu tun hat, ähm, heißt der Protagonist Armin und hat blonde Haare. Was natürlich überhaupt nichts damit zu tun hat, dass sich die vielleicht gefärbt hat und vorher ganz normal wie ein typischer CSU-Junge aussah. Und, oh, dieses Video ist so grausam schlecht. Nicht, also, das ist wirklich, als ob man, keine Ahnung, jemanden aus der Mathe-AG rausgezerrt hat, eher aus der Wirtschafts-AG rausgezerrt hat und gesagt hat, hier, äh, erzähl uns mal, warum Greta Thunberg scheiße ist. Und das versucht er dann ganz cool zu machen. Okay. Also, das ist wirklich, als ob so Leute, als ob so Leute wirklich, wir gucken mal kurz nach, was, was finden Jugendliche cool? Wie sehen YouTube-Videos aus? Und das sieht einfach furchtbar aus. Und Mario Barth hat sich auch zu Greta Thunberg geäußert. Ja, Mario Barth ist auch ein Vollidiot, weil er überhaupt, weil er sich überhaupt nicht mal damit beschäftigt, weil er einfach dämlich ist. Wie kann man, also, sein Argument von wegen, ja, warum haben die denn nicht in Ferien demonstriert? Ja, weil die haben sich genau dazu entschlossen, eben nicht in den Ferien zu demonstrieren, weil sie auch in den Ferien ihr komisches Lager gemacht haben. Und ein paar haben auch in den Ferien demonstriert sogar. Oh, das ist so ein Idiot, ey. Der weiß, also, er weiß natürlich genau, dass er das machen muss, weil du dann immer, äh, 50 Prozent der Leute kriegst, die sagen, ja, genau, endlich, sagt's mal jemand. Ah, es ist eine furchtbare Mentalität, sowas. Ja. Anstatt einfach mal die, so, Alf's Oma Shumway hat gesagt, wenn dir gar nichts Nettes einfällt, was du zu jemandem sagen kannst, sag am besten gar nichts. Toll. Und das ist alles Beste. Ist das, ist das wirklich, hast du, das ist wirklich gerade, das war meine zweite Frage. Ja, dann hab ich schon einen Punkt, hä? Wirklich, das zählt. War nicht meine Frage. Na. Ich hab relativ fiese Fragen, tatsächlich. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Und alle handeln von mir und Alf. Ja. Ja, du wirst keine Chance haben. Dann haben die halt noch so einen Dreck gemacht, von wegen, bei der Unteilbar-Demo waren keine Deutschland, oder waren Deutschland-Flaggen nicht gern gesehen, waren nicht erwünscht. Uh, das kommt ja daher, weil das alles eine große, große Antifa-Veranstaltung ist. Haben wir ein Mentalitätsproblem? Ich glaube schon, krieg mal bitte zwei Schokobongs. Ja, selbstverständlich gibt's ein Mentalitätsproblem. Die Leute sind ja nur noch, ich hab's jetzt ja auch erlebt, ich hab einmal, äh, geschrieben von wegen, äh, hier, geht mal wählen, aber wählt bitte nicht die AfD, weil ich auch jetzt nicht unbedingt wollte, dass die Leute sagen, ja, der hat gesagt, geh wählen, hab ich die AfD gewählt, hätt ich sonst ja vielleicht nicht gemacht. Und, also, ich hab dann irgendwann den Fehler gemacht und mal eine Stunde lang, äh, Die Kommentare kommentiert? Genau, als ich zum Fußballgucken gegangen bin, Kommentare kommentiert. Und man, man merkt, glaube ich, wenn man diese Kommentare chronologisch lesen würde, wie, wie meine Stimmung so umgeschlagen ist. Also von, na komm, ich bin mal ganz nett, ich bin mal freundlich. Oder dann zwischendurch mal von wegen, ich versuch's noch mal freundlich und dann ging's sonst noch bergab. Und immer keinen Bock mehr. Also ich hab jetzt mit einem, einer hat so geschrieben, das war aber zu diesem AfD-Video, was ich mal gemacht hab, äh, da steht in dem Wahlprogramm drin, dass die AfD sich dafür einsetzen will, dass man erst ab einem Durchschnitt von 1,5 die Empfehlung fürs Gymnasium kriegt und dass die Lehrerempfehlung die der, die Einschätzung der Eltern überwiegt. Das heißt, ein Lehrer kann sagen, der soll nicht ins Gymnasium und dann ist das so. Und, ähm, das hab ich da drin gesagt und dann sagt einer von wegen, das steht nicht in dem Wahlprogramm. Und ich sag, doch, das steht da drin. Nein, wo denn? Und ich sag, Seite 31.512, letzter Absatz. Nein, das steht nicht da drin. Und ich sag, Alter, was soll ich denn noch machen? Das, was, und das ist halt so ermüdend, wenn man halt mit solchen, das, wenn das, wenn das die Diskussionskultur ist, dann keine Ahnung. Und da find ich's mittlerweile auch. Das hat der nicht gesagt, oder? Nee, das hat der nicht gesagt. Nee, das hat der nicht gesagt. Nee, hat er nicht. Nee. Und das ist halt, find ich, so was von absurd. Mhm. Mhm. Wurde dir nicht auch am Anfang immer vorgeworfen bei diesem AfD-Video, dass, äh, dass das ja alles viel zu schnell geht und, äh, dass du ja die Punkte gar nicht, äh, dass du ja zitierst, ohne nochmal drunter zu schreiben. Ja, ja, genau. Oder nochmal sozusagen häppchenweise aufbereitet, den Leuten auch, den jeweiligen Link mit. Ja, ja. Das ist halt, also ich seh das ein, dass es das vielleicht besser illustriert, aber, ähm, das ist erstens viel Arbeit und zweitens hab ich's einfach an dem Punkt nicht gemacht und nicht geschafft. Aber ist doch krass, wie sehr, ist doch krass, wie, wie misstrauisch die Leute auch sind, oder? Ja, 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 voll. Vor allen Dingen, der Link war ja da zu dem, zu dem Programm, du hättest ja nebenbei, was, was ich gemacht hab, war, ich bin's von oben nach unten durchgegangen. Ja, ich kenn doch deine Arbeitsweise. Genau. Ich grobier doch nicht. Nee. Und, ähm, dann hättest du das schön nebenbei herlesen können und, also, klar. Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn, wie misstrauisch diese Gesellschaft ist. Aber andererseits, was willst du auch machen, wenn, wenn, wenn du, wenn du weißt, dass im Falle der, im Falle der, der, äh, sehr konservativen, bescheuerten Leute, dass vier Fünftel gegen sie sind oder, oder, oder andersrum, im Falle, äh, von uns, dass da ein Fünftel, jeder Fünfte, den ich jetzt hier auf der Straße begegne, im Schnitt, hat diese Partei gewählt. Na, Viertel. Ja, ja, Fünftel. Also, ja, du hast jetzt nicht Wähler, aber das wäre ja noch was anderes. Ähm. Nee, ich hab's tatsächlich von den, also, es waren, ähm, 500, 500, 6, Ach, du hast von der Bevölkerungszahl. 586.000 von, von 3,3 Millionen Wahlberechtigten. Mhm. Ach so, okay. Ähm, ja, ich find's aber auch krass, wenn ich, wenn sich danach die ganzen, äh, CDU-Typen hinstellen und sagen von wegen, oh, heute haben wir gewonnen, heute hat das freundliche Sachsen gesiegt. Alter, checkt ihr's noch? Ihr verliert seit, keine Ahnung, muss ich jetzt nachgucken, ähm, seit den 90ern jede, jede Wahl stimmen. Ja, gut, aber, ja, also. Und ihr stellt euch immer noch hin, als hättet ihr gewonnen, ihr habt überhaupt nichts gewonnen. Oh, und dann hör ich so bei Anne Wilder, wenn sie erzählen von wegen, äh, in Anbetracht dessen, wie die Stimmung in Sachsen vor fünf Jahren war, ist dieses Ergebnis schon ein kleines Wunder. Dann denkst du, was? Hast du dich mal umgeguckt, was auf der Straße abgeht? Also. Ich hab letzte Woche, nach, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, hab ich, äh, noch gehört, wie Leute auf so einem Firmengelände sich gegenseitig, äh, naja, Sieg und den Rest auch noch zugerufen haben. Wirklich? Ja. Alter, ey. Aber gut, unter dem Aspekt muss man sagen, äh, nur 27,5 Prozent. Ja, aber was hat der NSDAP gereicht? 31 Prozent oder so damals? Ja, aber denkst du, denkst du die Gefahr, äh, also denkst du, das wird jetzt, äh, ich find halt dieses, dieses... Das wird das passieren? Ich, das unterstelle ich, ich würde dir das gar nicht unterstellen, aber ich finde es furchtbar, dieses herunterzuspielen, zu sagen von wegen, naja, es sind ja nicht alles, äh, sind ja nicht alles die übelsten Rassisten. Nee, ich will es nicht herunterzuspielen. Nee, das meine, ich meine auch gar nicht dich, das meine ich, hab ich ja gerade gesagt. Es sind alles Rassisten. Oder zumindest halt Leute, die es tolerieren, dass man Rassisten wählt. Genau, und wenn es keine Rassisten sind, dann sind es Leute, die, die, die sagen, es ist, das ist für mich, es ist für mich, ich bin in einer Partei und Parteien haben natürlich auch, äh, haben natürlich auch Dynamiken und natürlich bin ich nicht mit jedem meiner Parteikollegen, Parteikolleginnen einer Meinung, aber die tolerieren, dass es da jemanden gibt, der sagt, der, der sagt, das, äh, Holocaust-Denkmal ist ein Mahnmal der Schande. Das, das, das tun sie. Und ich meine, und ich meine, ich finde aber auch dieses Beschwichtigen von der anderen Seite, finde ich so, finde ich so ultra daneben. Also so zu tun, als ob das nicht schlimm ist, was da passiert. Das Einzige, was ich, das Einzige, worüber ich froh bin, ist, dass sie nicht die Mehrheit haben. Ja, absolut. Also, dass sie nicht die stärkste, nicht die Mehrheit, dass sie nicht die stärkste, äh, stärkste Partei geworden sind. Das ist das Einzige Positive an dieser, genau, an dieser Wahl. Genau. Ansonsten, ansonsten haben alle verloren. Genau. Und das, genau, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, dass wirklich alle verloren haben und das hat nämlich auch niemand gewonnen in dem Sinne. So, selbst wenn sich die Grünen hinstellen und sagen, wow, wir haben jetzt drei Direktmandate in Sachsen geholt, ja, herzlichen Glückwunsch, aber. Aber es sind auch nur acht Prozent insgesamt oder 8,5 Prozent oder sowas. Ja, und trotzdem gibt's halt, wie viel, 38 Direktmandate hat die AfD geholt? Alter. Das ist der absolute Wahnsinn, wenn man sich diese Karte anguckt. Ja. Wenn man sich auch die Orte, Der Osten hat ein Problem mit dem Osten. Ja. Ja. Und ich weiß nach wie vor nicht so richtig, also offensichtlich haben die Zeredis, also vielleicht muss ich euch da auch ein bisschen in die Pflicht nehmen. Ihr habt offensichtlich nicht mit euren ganzen rechten Cousins und Cousinen richtig gesprochen. Oder ich hab mich auch nicht aus der Blase herausgetraut. Das könnte man natürlich auch sagen. Vielleicht muss, ich fahr jetzt für drei Tage in den Garten von meiner Oma. Da machst du mal ein bisschen Werbung für Thüringen. Der ist in Thüringen und da, mal gucken, ob ich morgen Abend dann vielleicht mal in die Kneipe gehe und dann da mal so ein bisschen mich mit den Leuten unterhalte, wenn es eine gibt noch, eine Kneipe oder Leute. Weiß ich ja nicht. Das ist doch abgefahren, oder? Ja, ich hab so einen Artikel gelesen über das Dorf in Brandenburg mit den meisten AfD-Stimmen, 51, irgendwas Prozent, haben da AfD gewählt und alles super da, alles super da und der nächste Flüchtling ist zwölf Kilometer entfernt. Und das ist halt einfach absurd. Das ist wahrscheinlich aus deren Perspektive nicht weit genug. Ja, dann ging es nämlich auch drum. Und ich glaube aber, oft ist es eben dieses, die wollen wirklich, die Leute wollen wirklich zu ihrer Lebensleistung gratuliert werden. Also wollen wirklich und ich sehe das ja alles ein mit Treuhand und bla 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 bla. Aber es wird immer so getan, als ob der Osten total einig war früher und als ob alles super gewesen wäre und als ob die DDR eigentlich ewig hätte weiter bestehen können. Und dass man dann nur von dem Bösen Wessis verarscht wurde. Was auch Bullshit ist. Das ist halt auch nur eine Sicht der Dinge und eine extreme Sicht der Dinge. Ja. Und natürlich ist es, natürlich ist es ein Punkt, wenn die sagen, naja, der Kalbitz und der, und der, wer war mit? Der Höcke. Die kommen wenigstens zu uns ins Dorf. Der letzte Politiker, der hier mal angehalten hat, war Hitler. Zum Ende, ja, das kann ich total verstehen und das hat wahrscheinlich auch die CDU noch die letzten paar Stimmen gebracht, dass der, ähm, Kretschmer, der so blöd, so blöder auch ist, ähm, noch über die Dörfer getingelt ist und sich den Bullshit der Leute angehört hat. Klar. Wie es dieses Video gibt, äh, von diesem komischen, äh, UFO-Typen da, der, der erzählt von wegen, dass die Staatsanwaltschaft in Dresden, äh, der euch zu trauen ist und, ähm, ah, da könnte ich mich so drüber aufregen. Und so zu tun, als ob das nicht schlimm ist, was jetzt passiert, finde ich halt so krass daneben. Ja, aber was, was denkst du, was müssen wir machen? Ähm, na, zum Beispiel nicht, äh, im, in, im Fernsehen zum Beispiel die Leute vor die Kamera zerren und ihnen zu ihren Ergebnissen gratulieren oder sich selbst beweihräuchern lassen, sondern halt auch, äh, als Journalist und da gibt's ja auch gute Beispiele, Georg Restl zum Beispiel ist fantastischer Typ, vom Monitor der Chef, ähm, der, sein Umgang mit, mit, äh, Rechten ist halt, dass er versucht, die halt knallhart zu zerlegen. Mhm. Und man kann sich nicht hinstellen, man kann doch nicht mit einem Kalbitz diskutieren und so sagen, von wegen, na, da muss ich jetzt auch mal nochmal ganz frech nachfragen, in Athen waren sie schon, hä? Und er sagt so, ja, ich war in Athen. Und den Leuten ist es halt einfach Latte. Und dann muss es gleichzeitig eben noch, ähm, eine Debatte geben oder eine, eine Aufarbeitung, Diskussion, keine Ahnung, wie es aussehen könnte, ähm, über eben genau Treuhand und... Aber Moment, also das auf jeden Fall, gebe ich dir auch recht, ich muss nochmal ganz kurz einhaken, findest du, man sollte grundsätzlich nicht, äh, den, den Kandidatinnen und Kandidaten der AfD überhaupt eine Plattform geben? Also so wie das sozusagen, ähm... Doch, voll! Also, ja, aber man hat, also ich hab jetzt irgendwie neulich hab ich mal, aber ich konnte es mir auch nicht lange angucken, weil es halt dann wieder Bullshit war, hab ich irgendein, ein Interview mit, mit, ähm, Meuthen gesehen, ähm, und, und die zwei Journalistinnen, die waren schon bemüht, ihn so ein bisschen sozusagen, äh, auch anzupiksen, aber der hat einfach da wie so ein, wie so ein gemütlicher Wirtschaftsoper da, da gestanden und hat seine, sein, sein Zeug da erzählt, äh, und, und, und da gab es auch nicht so eine richtige Gegenwehr, also, als wäre, als wäre, als wäre... Ja, ja, ich weiß, aber wie kriegst du das denn, wie kriegst du das denn, also, sorry, aber jetzt tatsächlich so, ich häng mich ja immer wieder an diesem Argument auf mit den, mit dem, mit dem Fahren, weil, äh, ne, mit dem, was, was in, im, äh, zur, zur Europawahl und jetzt auch zur Landtagswahl wieder im AfD-Programm stand, dass sie wirklich sagen, wenn alle Leute so fahren dürften, wie sie wollten, dann gäbe es weniger, das sind einfach Verkehrsunfälle und wie kannst du denn ernsthaft jemandem, der so etwas sagt, der so etwas vertritt, ne, 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 eine Ebene geben, also, wo, wo, wo ist da, wo ist da das logische Argument? Wie der, wie der Gauland, ähm, bei, bei Anne Wildern gemeint hat, als es hieß von wegen, naja, der, der Kalbitz, äh, war ja, zumindest war er mal, äh, harte Nazi und dann sagt er so, nee, so, was gibt's bei uns in der Partei nicht, wo du so meinst, und das ist doch schon genau der Punkt, warum muss ich mit dem Typen reden, wenn er so ein Bullshit erzählt, und, äh. Und vor allem, das wurde ja aufgedeckt, also, ich meine, das, dafür gibt's ja so, so Journalisten wie, wie Christian Fuchs, die dann, die dann nachrecherchieren und dann finden, das ist halt, oder also nicht nur Christian, sondern natürlich auch noch viele andere, die dann recherchieren und herausfinden, doch, es kippt natürlich extrem viele Querverbindungen in den, ja, und vor allen Dingen, vor allen Dingen, ähm, gibt's halt auch Papiere, die zeigen, dass es einfach eine, oder es ist halt auch sowieso in der ganzen Faschismus-Theorie, es ist eine Strategie, von denen, äh, natürlich nett zu sein, natürlich immer freundlich zu sein und, und alles abzustreiten, was man potenziell, was die Leute einem unterstellen, was man wohl vorhat. Nee, nee, wir schreiben nur hin, dass wir, äh, die ganzen Leute alle abschieben wollen, aber wir sind doch keine Rechten, also, wo steht denn in unserem Programm, dass wir Rechte sind? So, das ist halt... Okay, aber, äh, also, wir können uns da, äh, du hast da, du hast da noch ein bisschen mehr Expertise als ich, äh, und, und wir können uns da jetzt noch ein bisschen drüber aufregen, oder, aber, was machen? Ja. Ich frage es mich, was, 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 was ist jetzt, was ist jetzt... Ja, ich finde, man muss den Leuten, also, es gibt, gibt so ein paar schöne Artikel, die ich jetzt gelesen habe, ähm, ich verlinke die mal dann bei YouTube mit drunter, ähm, ich glaube, der, der Osten braucht auch, also, ich finde, ein Punkt stimmt wirklich, dass, äh, es vielleicht weniger, äh, Journalisten aus den westlichen Bundesländern braucht, die Artikel über den Osten schreiben, wow, die sind ja alle doch ganz okay, oder die sind, oder umgedreht, die sind ja alles Nazis, ähm, aber ansonsten stimme ich halt in diese, in dieses, in diese tradierte Beleidigtheit des Ostdeutschen nicht ein, und das... Nö, ich auch nicht. Aber, aber, es ist ja leider so, äh, dass viele von den Leuten einfach beleidigt sind und frustriert sind, aber, da muss man es vielleicht auch irgendwie schaffen, den Leuten mal wieder ins Gedächtnis zu rufen, ähm, dass halt der Osten auch nicht total geil war und, und auch damals, äh, im Westen nicht alles perfekt war. Und das ist halt, dass es halt ein Transformationsprozess ist, als die beiden Länder zusammenkamen, der natürlich auch scheiße gemanagt war. Und die, 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 die daran mehr Leid getragen haben, ist tatsächlich der, äh, Ostdeutschland. Was, was ich übrigens spannend finde, ist, dass ja dann doch relativ viele, auch 18- und 20-Jährige, also Neuwähler, äh, die, die AfD gewählt haben, die, ja, nun wirklich überhaupt nichts, also, die sind, die sind Zweitausender-Kinder, die sind, die haben, die sind quasi aufgewachsen, äh, nach Eurodance. Ja, ich glaube aber auch, das, das kommt auch daher, dass, äh... Ist das keine, ist das dann, fehlt da die politische Aufklärung, oder ist das... In Sachsen gibt's ja halt auch keine... Ist das sinnhaft, oder? In Sachsen gibt's ja auch eigentlich keine Rechtsextremen, äh, seit Ewigkeiten. Ne, hab ich ja auch nie erlebt in meiner Jugend. Eben, das ist halt, ich find das so absurd, dass die, dass die CDU-Regierung seit Jahrzehnten halt negiert, dass es Rechte in Sachsen gibt. Und das, ich glaube, das sind einfach die Früchte davon. Ich sag mal so, der, der Kretschmer, ich hab mir, äh, das, das war, äh, da hab ich im Zuge der Landtagswahlen, hab ich mir irgendeine Spiegel-Reportage angeguckt über den Ostdeutschen, gemacht von zwei ostdeutschen Spiegel-Mitarbeitern, äh, und da haben sie zum Beispiel auch Kretschmer irgendwie auf Wahl, also genau auf dieser, ähm, Wahlkampftour begleitet, wo er dann auch bei den, bei den Rentnern im, im Autohaus war, äh, um, um sich ihre Sorgen und Probleme anzuhören. Und da zumindest hat er, hat er ganz, also der mal, der, der bezieht ja schon Stellung gegen die AfD. Ja, Stellung, Stellung bezieht natürlich gegen die AfD, aber trotzdem gibt's keine Rechtsextremen in Sachsen. Naja, er sagt, also er, er vergleicht sich ja schon immer wieder mal mit der NPD und die NPD. Er sagt auch, die Grünen sind Linksextreme. Das sagt er wirklich? Natürlich. Wann hat er das gesagt? Beim Grillen? Beim Grillen? Als du mit ihm gegrillt hast? Nee, ist das nicht von der Heute-Show? Das weiß ich nicht. Die, ich glaube, äh, also da, da müsste ich jetzt natürlich auch nochmal, also ich find ihn, ich find ihn zumindest nicht super evil. Doch, ich find ihn einfach, ich find ihn einfach, äh. Ist er evil? Echt? Ich find ihn, ne, also das ist ja, die sächsische CDU ist halt die, 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 die rechteste CDU, die du haben kannst in Deutschland. Und, äh, der Typ ist einfach nur da, weil er glaube ich die Klappe hält und, äh, weil er, weil er still hält und weil er genau so, so schwammig ist, dass er für die CDU genau das erfüllt, was sie jetzt gerade brauchten. Nämlich sich bei den Leuten, die total frustriert sind, einfach ausdruckslos dazustehen und sich das anzuhören. Ey, er hat tausend neue Polizisten vorgeschlagen. Das hat er, darauf hat er sein Wort gegeben. Wir kriegen jetzt tausend neue Polizisten. Ja. Und, äh. Und hundert davon werden sich dann beim nächsten Mal für die AfD aufstellen lassen. Und was wollte ich sagen? Ähm, nee, ich find, ich find den überhaupt nicht cool. Nee, ich find den auch nicht cool, aber ich, ich hab nur gefragt, das ist ja evil. Also ich, du wirst, ich find, ich find, man, man muss durchaus auch eine, eine Boshaftigkeit darin sehen, äh, zum Beispiel einfach wegzugucken und, äh, wenn es darum geht, um, um Rechtsextreme in Sachsen. Ja. Also selbst wenn es nicht gewollt ist, ist auch tatenlos zusehen eine Tat. I see. Da hast du sicherlich recht und das ist natürlich auch, das ist nicht gut. In erster Linie. Ich will, ich möchte den trotzdem noch ein bisschen beobachten, weil der hat ja jetzt schon, äh. Der hat einfach nur Glück gehabt, dass die AfD nicht gewonnen hat. Ich glaub, sonst hätten die, die hätten seine CDU schon längst rausgeschmissen. Ja, wäre weg. Dann wäre er weg. Ja, das, das, das denke ich auch. Da, äh, da gebe ich dir recht. Aber der Typ ist doch der kleinste gemeinsame Neuer für den CDU gewesen damals. Ja, aber, ja, aber das, das ist doch spannend. Ich bin, ich, ich guck mir den mal ein bisschen an in den nächsten Wochen, weil ich das sehr spannend finde, wie er das versucht zu managen. Ich find den nicht spannend, ich find den fahrlässig. Ja, okay, aber, ja, okay. Gut. Da hast du vielleicht auch, da hab ich vielleicht noch so einen, so einen, so einen, so einen, so einen, so einen leichten Hoffnungsglimmer in mir, äh, der, den du schon längst verloren hast. Äh, also ich hab ihn nicht gewählt, ne? Äh, also ich, ich hab mit der CDU nichts am Hut und wenn irgendwo auf einem Wahlplakat draufsteht tausend neue Polizisten, dann denk ich, nee, äh, Lehrer wären gut oder hier, wie wär's mit Kita, Kita-Betreuerin oder sowas. Äh, das find ich mal interessant. Ja, ich glaub, das Einzige, was, was für, für Sachsen halt gut wäre, wäre eine, äh, äh, nicht-CDU-Regierung. Also, damit meine ich jetzt nicht AfD. AfD und Grün. Nee, ich meine, also, Rot-Rot-Grün find ich total okay. Dann, da gibt's immer noch genug, äh, Reibungsfläche und, aber das muss sich halt so grundsätzlich was ändern an Sachsen. Aber das wird ja nicht passieren, Rot-Rot-Grün. Pff, naja, mal sehen. Also, ich glaub auch nicht, dass es passieren wird, aber die Möglichkeit besteht ja irgendwie immer. Ähm, keine Ahnung. Und, äh, was denkst du, äh, denkst du, die, die AfD kriegt ihr Neuwahlen, ihre Neuwahlenklage durch? Nö, kriegen sie nicht durch. Kriegen sie nicht durch? Nö, denen ist ja schon entgegengekommen worden, indem sie, wo sie wieder 30 Listenplätze hatten, äh, statt zwölf. Und, äh. Aber sie sind sozusagen einfach im, im Bereich, im Bereich, äh, äh, politische Verfahren, sind die einfach noch nicht so geschult, ne? Die haben doch häufiger mal in, in, in Parlamenten irgendwelche, irgendwelche Fehler gemacht. Also, ich hab schon, äh, von einem, von einem, äh, Parlamentsmitarbeiter Sachsen gehört, dass, äh, als es damals passiert ist mit der, die haben ja zweimal diese Unterlagen eingereicht, ähm, beziehungsweise dieses Treffen halt zweimal gemacht, ähm, um ihre Listenplätze zu vergeben. Und das geht ja nicht. Und deshalb haben sie nur das Erste genommen. Und dann ist nachher durch die Gerichtsentscheidung der Liste verlängert worden, auf 30. Und, ähm, da gab's auch die Theorie, ähm, innerhalb des Parlaments, dass die AfD das auch, und das hieß ja immer, wir sind ja nicht politisch, äh, wir sind ja nicht so bewandert im politischen Prozess. Das dürfte uns jetzt nicht so krumm nehmen. Wo ich's meine, erstens bin ich dagegen, wenn du versuchst, in dem System mitzuspielen, dann musst du auch nach den Regeln spielen. Also, wenn du falsch spielst, Pech. Und zweitens, ähm, Lassis, man muss auch mal überlegen, ob das nicht auch wiederum Kalkül hätte sein können, weil das wäre nämlich auch eine schöne Sache gewesen, zu sagen, okay, wir haben nur noch zwölf Listenplätze, also haben wir ja gar keine, haben die WählerInnen ja gar keine andere Wahl, als uns direkt zu wählen. Und dadurch halt noch mehr Direktmandate zu kriegen. Weißt du? Weil Direktmandate müssen nachher als Überhangmandate in den Landtag eingebracht werden. Die hätten sie, kriegen sie auf jeden Fall. Und es sind 38 geworden. Also, ja. Schon bitter. Crazy. Also, ich, deswegen, sowas meine ich, man darf denen auch nicht immer, man darf denen auch nicht immer Dummheit unterstellen. Ja. Das kann auch alles ganz gut Kalkül sein. Dummheit oder Dreistigkeit vielleicht auch. Dreistigkeit, ja. Ja. Ich bedanke mich für diesen Exkurs, obwohl ich's auch immer noch nicht begreife, bis auf, dass mein gesunder Menschenverstand sagt, irgendwas, irgendwas stimmt absolut nicht. Und lass uns vielleicht doch nochmal, äh, deinen, deiner, deiner Theorie der Abspaltung Leipzigs vom Rest. Ja. Äh, äh, in Leipzig gab's was? Zwei grüne Direktmandate, einen, äh, das einzige, das einzige linke Direktmandat und... Genau. Und in Chemnitz gab's noch ein grünes Direktmandat. Nee, in Dresden. Nee, in Chemnitz. Echt? Ich dachte, warte mal, ich guck nach, äh, ich bin irgendwie grad der Meinung, dass es in Chemnitz, das mag auch Dresden sein, keine Ahnung, ähm, dass uns das nicht falsch sagen, ähm, es ist in Dresden. Ist das Dresden? So was langgezogenes? Welche Stadt ist das? Zeig mal. Na, warte. Äh, es ist Dresden 5, ja. Ja, sag ich so, hab ich doch nachgeguckt. Dresden 5, ja. Ähm, ja, wo wir gerade beim, äh, Rätseln sind, Julius. Ja, ich komm gleich. Ich muss nur gucken, dass die Cola nicht... Au, du hast, das hab ich schon wieder vergessen. Okay, dann kann ich noch... Okay, na dann. Also, es hat sich... Es gilt, es gilt. Also, wir haben letztes Mal, ähm, gewettet, ähm, dass ich 8 von 10 Fragen zum Thema ALF, ähm, richtig beantworten werde. Ja. Ähm, dazu noch eine kurze Einleitung von mir. Ähm, ich hoffe, dass die Fragen, ähm, fair gestellt sind. Also, wir reden hier erstens über die Serie und solche Fragen wie, welche Farbe hatten die Schuhe des Pizzabotens in Folge 3, Minute 16, Sekunde 11, ähm, seh ich überhaupt nicht ein. Finde ich total unfair. Ähm, gleiches gilt von wegen, wo war der Schauspieler von Brian auf der Schule? Okay. Und, ähm... Pass auf. Ansonsten gebe ich, muss ich ehrlich zugeben, ich wollte mich sehr, sehr hart darauf vorbereiten. Ich wollte eigentlich alle ALF-Folgen nochmal gucken. Ähm, weil ich nämlich in der Vorbereitung gemerkt hab, dass es ganz schön hart ist. Also, allein schon alle Freunde von Lynn, ähm, zu, sich zu merken, ist schwierig. Ähm, oder alle Kumpels oder Bullys von Brian. Ist kompliziert. Ich hab, äh, ich hab Sparring gemacht mit, ähm, einem Zaredi. Ähm, korrigier mich, wenn ich den Namen falsch sag, ich glaub, es war Kai, Kai Fabian. Ähm, der, oder die, unglaublich krass ist. Also, die Person kennt sich ja so mega gut aus. Wie heißt die, wie heißt die Inspirationspartner? Warte, ich muss kurz nachgucken. Ähm, wie finde ich denn das raus? Warte. Kai Fabian, ja. Kennt sich einfach nur mega gut aus. Also, wir haben uns so Fragen hin und her gegeben. Und ich hab irgendwann angefangen, so richtig, äh, also, ich hab geschrieben zum Beispiel, wie, wie nennt man die Bewohner des, wie nennen die Bewohner des Planeten Jupiters ihren Planeten. Und das wird wirklich nur in einer Folge mal kurz gesagt. Da geht's irgendwie mit Jupiter und Alf sagt, ach, der Buttermilchplanet. Und das wusste er zum Beispiel alles. Ah ja, okay, verstehe. Und ich wusste das nur, weil ich die Folge grad zufällig vorher geguckt hab. Okay, also, ich gebe zu, ich gebe zu, ich habe mich jetzt nicht extrem, äh, ausführlich mit dem ganzen Ding beschäftigt. Das war vielleicht sehr kurzsichtig. Aber ich habe vor zwei Tagen, äh, haben dir Leute geschrieben, ja? Von, ja, eine Mail hab ich bekommen, von Teppi. Äh, mit dem... Mit dem, ja. Und er hat mir diese 100 Fragen geschickt. Und, äh, es ist 100 Fragen, es ist eine Frage pro Folge. Ah, wir haben aber auch eine, sehe ich grad, ich hab grad das E-Mail-Programm aufgemacht, wir haben eine Folge, äh, eine Frage bekommen von Steffi. Na dann, äh, ist die mit Antwort? Ja, ich, nee, ohne Antwort. Okay, das ist natürlich bescheuert. Aber ich weiß es. Okay, nee, dann darfst du die aber nicht, äh, gestellt bekommen. Ich, ich hab deswegen, also, weil ich, ich wollte, ich hab mir jetzt überlegt, ich mach einfach, ich, ich werde einfach random... Ja, das ist gut. Äh, Fragen daraus stellen. Acht. Und dann hab ich aber dazu noch zwei Fragen, die ich, äh, du kannst auch schimpfen, aber ich finde, das sind Fragen, die müsstest du als ALF-Fan eigentlich... 28. Oktober 1756. Eigentlich wissen. Hä, was ist das? Das ist ALFs Geburtstag. Okay. Ja, das war's nicht. Schade. Okay, ich beginne mal. Also, ne, hier, das sieht so aus. Ja, ich hab's, ja, ich hab's gesehen. Er hat das gepostet, aber ganz verkrisselt. Ich konnte nichts erkennen. Ich hab's versucht. Ja. Okay, ich bin, ich, ich, ich bin mal fair und, äh, fang natürlich mit, mit einer Frage. Ich hab halt auch Angst, dass ich die ersten, gleich ersten zwei Fragen verkacke. Weißt du? Ich auch, André. Ich auch. Ich, also, äh, was ich aber dazu sagen kann, nur, also, du musst nicht heute, wenn du verlierst... Nicht drauf antworten, das ist gut. Dann musst du nicht heute den Salat essen, denn ich hab ihn nicht dabei. Okay. Ähm, aber das wird irgendwann kommen. Das ist so ein bisschen wie... Das kommt so einfach, hier ist der Salat. Ja, das ist so wie die Slap-Bed von... Ja. Bei, 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 bei... Das ist die Slap-Bed? Ja, die, mhm, die, 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 ne, die rote Bete-Bed. Die, die, die rote Bete-Bed. Die Bete-Bed. Die Bete-Bed. Gut, also, ich, ich stell dir einfach mal Frage, Frage 1. Warte mal. Stimmt natürlich. Bin ich im Quizmodus. Die Familie Tanner bekommt mit dem Absturz von Alfs Raumschiff einen neuen Mitbewohner. Welche Sendung schaut Alf mit Brian nach seiner Ankunft im TV? Keine Ahnung. Tut mir leid, André. Ich dachte, ich bin fair. Hä, was gucken die? Ne, es tut mir wirklich leid. Na, sag mir, was gucken die? Die Sesamstraße. Aha, okay. Okay, die Fragen sind offensichtlich wirklich zu schwer. Gucken wir mal. Ja. Der guckt so viel. Verstehe. Also, wenn dann so was, was er in bestimmten Folgen, wo es der Aufhänger ist, guckt, das könnte ich noch wissen, aber. Ja, weiter. Ich habe jetzt einfach mal, ich mache einfach, ich scrolle einfach weiter, ne? Folge, Folge 16, Staffel 1. Die Folge, soll ich dir immer noch den Folgennamen dazu sagen? Könntest du machen. Folge 16, Staffel 1. Mein Name ist Schlegel. Ah. Darf ich vielleicht einfach was sagen, ob zu der Sendung und dann ist es richtig? Wir gucken mal. Wayne. Für wen arbeitet Wayne Schlegel? Für eine Versicherungsgesellschaft. Aber der Name, boah. Ich lasse das durchgehen. Es ist die Michigan Lebens- und Unternehmung. Ah, stimmt. Ah, okay, jetzt heißt es also, ah, stimmt. Ja, es ist bekannt. Es ist, it rings a bell. Okay, aber. Ich wäre nicht drauf gekommen. Gut. Folge 25, Staffel 1. Der Kammerjäger und die Kakerlake. Mit was tötet Alf die Riesen-Kakerlake? Parfüm. André, du bist jetzt schon zum zweiten Mal fast richtig. Hä? Ich gebe dir noch die Chance, mir zu sagen, um was für ein Parfüm es sich exakt handelt. Cates Parfüm. Um was für ein Parfüm handelt es sich? Chanel Nummer 5. Es ist Kölnisch Wasser. Aha. Das ist in Englisch bestimmt garantiert anders. Wette ich. Der sagt garantiert nicht Cologne Water. Hast du es auf Englisch geguckt? Nee, aber ich lese es immer in der englischen Wikipedia, weil die deutsche Scheiße ist. Okay, ich lasse das auch durchgehen. Einfach damit du noch ein bisschen Bock hast. Jetzt stelle ich mal eine Frage, die ich rausgesucht habe. Ist aber wirklich so. Übersetzungsdinger würde ich schon mal anzweifeln. Okay. Wie heißt der deutsche Synchronsprecher für Alf? Tommy Pieper. Siehste? Habe ich eine nette Frage rausgesucht, ne? Die ist nett. Du hast bis jetzt einen Fehler. Also eigentlich schon. Nee. Eigentlich habe ich doch schon längst drei Fehler. Eigentlich hast du schon verloren. Naja, komm. Mach mal weiter. Ich will jetzt schon die zehn Fragen. Na klar. Also ich nehme, wie gesagt, einfach immer. Ja. Ne? So. Es gibt ja insgesamt wie viele Staffeln? Fünf? Vier. Die fünfte wurde nie gedreht. Es sind 102 Folgen. So. Siehste, da hast du schon die fünfte Frage richtig beantwortet. Frage sechs. Stets zu ihren Diensten. Folge eins, Staffel zwei. Alf versucht sich als Dienstbote im Hause der Tannas. Dabei explodiert die Küche. Alf riecht zwar kurz zuvor das Gas, verwechselt es aber mit etwas. Womit? Äh. Äh. Keine Ahnung. Ich weiß. Ich sage einfach fett. Aber das ist es nicht. Wenn ich es jetzt sage, wirst du es bestimmt wissen. Mit Dill. Nee. Weiß ich nicht mehr. Nee. Bei der Folge wäre ich jetzt, hätte ich auf eine andere Frage getippt. Okay. Bisher hast du acht von, äh, also bisher hast du erst zwei Fehler. Es ist noch... Quatsch. Doch. Ich lass dir das durch. Du willst es wirklich jetzt schon verloren haben. Nee. Ich will schon weitermachen. Aber ich hab doch keine... Okay. So. Hier. Komm. Folge 22, Staffel zwei. Die Beförderung. San Diego. Willi wird befördert und feuert einen Mitarbeiter. Welcher Vorteil ergibt sich dadurch für Denise, eine weitere Mitarbeiterin? Ach Gott. Ich hätte jetzt gesagt, von wegen, er kriegt ja den Parkplatz. Sie bekommt seinen Parkplatz. Richtig. Na, und den... Ich kenn das halt von dem, von dem, von Mr. Burke, von dem, äh, von dem König auf der, also seinem Chef, wo, äh, wo er, wo Alf dem Typen nahelegt, dass er den einen Typen, äh, wie heißt der? Nicht Smithers, sondern irgendwas mit Smith, äh, raushauen soll, weil der seiner Arbeit nicht nachkommt. Und dann wäre auch gleich vorne ein Parkplatz für Willi frei. Und ein Fensterplatz. Obwohl Mr. Burke nicht mal selbst einen Fensterplatz hat. Verstehe. Für mich ist das alles komplett, deswegen ist es auch so, ich kenne diese Fragen, also ich habe diese Serie nie geguckt. Ja, ist, ich würde nur mal interessieren, ist Teppi gleichzeitig Kai Fabian? Oder, also, oder sind das einfach... Nee, Teppi heißt, Teppi heißt, äh, Stefan, wenn ich mich nicht täusche. Stefan... Kann, kann Stefan mal, äh, schreiben, wie er das Quiz gebaut hat? Also, wie er die Fragen gebaut hat? Hat er, ist er quasi so großer Alf-Konnoisseur, dass er einfach kurz überlegt hat und sich zu jeder Folge was ausgedacht hat? Oder quasi irgendwie, ähm, durchgeskippt? Immer eins genommen oder so. Aber weiter, weiter. Es gibt noch eine Frage, oder? Äh, du, äh, du hast jetzt aus meiner Perspektive Frage... Äh, äh, du wirst jetzt Frage 8 beantworten. Ja. Das ZDF strahlte seit Anfang Alf aus. Wann war der erste Ausstrahlungstermin für die Deutsche? Keine Ahnung, 89. 5. Januar 1988. Hm. Ich dachte, das, ich dachte, das merkst du, das guckst du auf jeden Fall nach. Okay, spannend. Hab ich nachguckt, ja. Keine Ahnung. Staffel 3, Folge 4 und Folge 5. Was ist die Besonderheit an Tonight Tonight, Teil 1 und Teil 2? Die ist nie in Deutschland ausgestrahlt worden. Nice. Weil sie, äh, bei der Tonight Show mit Johnny Carson spielt und die Witze nicht übersetzbar sind. Ah, okay. Da ist Alf nämlich Moderator. Sehr gut. Letzte Frage. Staffel 4, Folge 24. Die Entscheidung. Hm. Alf gelingt es, Kontakt zu seinen Freunden von Melmac aufzubauen und sie wollen ihn abholen. Was soll Alf laut Skip, seinem Freund, tragen, wenn er am abgemachten Landeplatz ankommt? Fuck, ich hab's sogar noch geguckt. Äh, was hat er denn an? Ähm. In Zweifelsfall war es ein Trenchcoat. Nur ein Trenchcoat? Na, und ein Hut. Das ist richtig. Ja. Wirklich. Ja. Ach, ja. Sehr gut. Aber den Hut, hat er den Hut auf? Ich weiß nicht, ob er ihn auf hat. Es geht ja darum, äh, was er tragen soll. Hm. So, André, ich würde sagen, ich würde sagen, mit, 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 mit gutem Willen sechs von zehn, äh, Fragen richtig beantwortet. Äh, das reicht, glaube ich, leider nicht aus. Darf ich die Fragen bitte alle haben? Klar, schick ich dir. Cool. Ja. Das würde ich nämlich wirklich gern mal alles sehen. Ich würde, ich würde den gerne alle machen und will dann mal sehen, was ich von hundert weiß. Ja. Aber, ja, wie gesagt, ich hätte, hätte nochmal richtig alles gucken müssen. Wahrscheinlich. Also. Aber vielleicht war es dafür auch zu, vielleicht war es dafür auch zu früh. Nee. Ich meine, du hast ja jetzt gemerkt, ne, meine, also ich, ich frage halt, ich würde dann eher nach so Trivia fragen, äh, die sich rund um alle. Ja, das finde ich okay. Also so von wegen, wann die erste Ausstrahlung war, sehe ich einen. Das ist schon in Ordnung, oder? Das kann man schon mal fragen. Ja, genau. Aber halt fies wird es dann von wegen, wenn man so wirklich absurdes, äh, wie heißt die, wie heißt die Frau vom, vom ersten verstorbenen Zeichner? Genau, sowas. Nee, das ist, das ist zu schwer. Das glaube ich auch. Aber, aber so Namen sind halt auch immer echt, ich hab dann mit dem Kai, Fabian echt, äh, sind mir so Namen durchgegangen. Es ist kompliziert. Also, wenn du jetzt sowas gefragt hast von wegen, was war, welcher war der dritte Freund von Linda, ähm, so, nenne drei, das hätte ich hinbekommen. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass, dass die, sag ich mal, dass, dass einfach grundsätzlich, das ... Oberflächliches Vielwissen da. Oberflächlich, genau, und das grundsätzliche Oberflächliches Vielwissen einen aber dazu verleitet, so war's ja bei mir bei Harry Potter Band 7 auch, äh, das verleitet einen dazu, ja, sich selber ein bisschen zu überschätzen, glaube ich. Ja, wie, also ... Du warst, du hast dich ja selber jetzt nicht so mega überschätzt. Ich wollte fünf richtig haben. Nee, sechs. Oder sechs. Das hättest du geschafft. Naja, ist auch, ich seh, ich nehme die, äh, Niederlage hin, ich hab mich, glaub ich, besser geschlagen, als ich jetzt am Ende befürchtet hab, weil ich hab natürlich auch vorhin noch ein, zwei Folgen geguckt. Äh, und es ist einfach dann, mir ist der Kosmos dann doch noch mal bewusst geworden. Ja. Aber er ist machbar. Also, sagen wir mal, wir hätten das in einem Monat gemacht, hätte ich gefühlt besser da gestanden, aber wahrscheinlich, weil alles länger gedauert hat, du hättest natürlich auch mehr Vorbereitungszeit gehabt, es hätten mehr länger Fragen eruiert werden können, wäre es wahrscheinlich aufs Gleiche rausgekommen. Wenn ich sogar noch schlechter gewesen wäre. Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, du wärst besser gewesen. Ich glaube, du hättest dann das eine oder andere einfach ... Also, Denise, das mit dem Parkplatz, ich hätt ja die Folge gesehen. Ich weiß sogar, ich hab die auf Kassette gehabt. Äh, das hätt ich gewusst. Ja. Aber gleichzeitig versteift man sich ja auch so darauf, von wegen, man hat zehn Folgen auf Kassette gehabt und kennt die in- und auswendig und vergisst natürlich, dass es noch 92 andere gibt. Das ist das Problem. Also, im Prinzip weniger, weil es sind ja mal Doppelfolgen, wo Kassette gewinnt. Egal. Ähm, wir gucken mal. Liebe Freunde, ihr dürft uns immer schreiben an post-at-teamt-total-zerredung.de. Bitte schreibt nicht mehr an alf-at-teamt-total-zerredung.de, dann schickt ihr nämlich E-Mails an Julius. Also, ihr wollt das natürlich gerne. Wenn ihr mich erreichen wollt, dann schreibt alf-at-teamt-total-zerredung.de. Ähm, folgt uns auf Spotify, auf iTunes und bewertet uns. Ähm, danke auch nochmal an alle, die uns, äh, bei PayPal spenden und, also regelmäßig spenden und auch immer mal so spenden. Echt? Sind wir rich mittlerweile? Davon hast du mir aber nicht erzählt. Vielleicht hab ich dir nicht davon erzählt, weil es nicht so ist. Okay. Ähm, schade. Aber, äh, uns haben natürlich auch wieder ein paar Leute geschrieben. Ricardo hat uns geschrieben. Das fand ich, fand ich, fand ich einen, fand ich einen sehr guten Gedanken. Ich hätte noch etwas, das unbedingt in den Hermann aufgenommen werden müsste. Also, das Lexikon des Nicht-Nervens. Äh, oder wenigstens in den Roast der Woche gehört. Nämlich Barzahlung mit 50 Euro. Ich bin Verkäufer und ich finde es sehr unhöflich, wenn jeder für weniger als 10 Euro einkauft, aber grundsätzlich mit einem Fowi bezahlt. Wo soll ich denn das ganze Wechselgeld hernehmen? Und dann sagen sie immer, die Bank hätte ihnen das so ausgespuckt. Da frage ich mich, wenn man 2019 mit seiner EC-Karte zur Bank rennt, um Geld zu holen, das man im Laden ausgibt, obwohl man auch im Laden mit Karte bezahlen könnte und sich so einen Weg sparen würde, was geht. Als generelle Regel. Oh, aber das ist doch auch grundsätzlich der Trick, äh, das ist doch, André, das glaube ich jetzt nicht. Man hört es einfach. Man hört wirklich, man hört, wie du die... Mann, ey, ich bin so aufgeregt von dem Quiz. Wie du auf die kurzen Atempausen deinerseits wartest, um die dann einfach in diese Schokobons reinzupfeifen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es man... Also Leute, immer wenn ich mich jetzt darüber aufgeregt habe, hat man es wirklich in der gesamten, im gesamten Raum gehört. Die Nachbarin hat schon mal geklingelt. Pass auf, er hat geschrieben, als generelle Regel. Entschuldigung, sorry, ich wollte eigentlich noch irgendwas sagen dazu. Genau, und dann hast du mich unterbrochen durch Schokobons auspacken. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch schon wieder vergessen, was ich fragen wollte, weil du mich irritiert hast durch Schokobons auspacken. Na, pass auf, vielleicht fällst du wieder ein, er hat geschrieben. Wahrscheinlich. Als generelle Regel. Du musst 22 Euro bezahlen und gibst einen 50er. Das ist assi. Gibst du einen 20er und einen 5er oder nur einen 10er, ist es jedoch vollkommen legitim. Also die Regel ist, wenn man unbedingt bar bezahlen will, sollte gelten, bekommst du mehr zurück, als der Preis beträgt, dann war es unhöflich. Frage? Da würde ich sofort einhaken. Nämlich, was ist, wenn ich 52 gebe? Guter Gedanke. Ne, weil, also das ist zum Beispiel immer ... Wenn man mit großen Scheinen rausgeben kann, habe ich auch immer das Gefühl, es könnte okay sein. Das ist zum Beispiel immer meine Taktik, obwohl ich die Taktik des mit Karte zahlens, vor allem seit man bis 25 Euro mit Karte einfach zahlen kann, ohne dass man irgendwas unterschreiben muss oder eine Geheimzahl eingeben muss. Zumindest an manchen Geräten. Ja, vor allen Dingen, ich sehe dann endlich mal, wie viel ich ausgebe, wenn ich mit Karte zahle immer. Das finde ich ja sehr schön. Ah, ja, stimmt, auch eine gute Idee. Ja, stimmt, so mache ich das ja beim Tanken, weil ich ja sozusagen alle Tankquittungen immer einreiche für die Steuer. Da, deswegen zahle ich immer per Karte meinen Tank. Also, ich sehe den Punkt total ein und ich komme mir auch selbst schäbig vor, wenn ich für zwei Euro was kaufe und dann einen Fofi hinlege. Aber es ist halt manchmal auch leider so, also doch, das stimmt schon, ich kann eigentlich auch dann immer mit Karte zahlen. Man kann immer mit Karte zahlen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Leute von Karte manchmal genervt sind. Aber das mag nur meine Sache sein. Das soll das nicht entkräften. Da hast du natürlich vollkommen recht. Ich glaube auch ... Aber wir müssten es noch konkretisieren um deinen Punkt, finde ich. Finde ich auch. Ich finde, daran kann man arbeiten. Grundsätzlich am, also man kann grundsätzlich am Konzept des Bezahlens arbeiten. Also, dass man nicht mehr per Geld bezahlt, das habe ich ja schon mal gesagt, sondern eher per Song. Also ich oder ... Ich werde jetzt aber Witz. Ja, oder wenn jemand zum Beispiel Büroanverstellter ist. Nee, pass auf, ich kaufe was für zehn Euro, sag denen einen Witz und kriege 110 zurück. Das ist doch geil. Warum sollte das passieren? Weil das so viel wert ist, sage ich einfach mal. Ich habe neulich auch von meinem kleinen ... Das wäre cool. Ja, ja, natürlich. Ich habe auch einen sehr guten Neffen gehört, einen sehr guten Witz von meinem Neffen gehört. Und zwar, ich erzähle den kurz. Ihr geht so. Fritzchen fällt ins Loch. Fritzchen fällt ins Loch. Fritzchen fällt ins Loch. Fritzchen fällt ins Loch. So viele Löcher im Loch? Fritzchen fällt ins Loch. Fritzchen fällt ins Loch. Fritzchen fällt nicht ins Loch. Warum? Weil irgendwann in dem Loch kein Loch mehr war. Nee, Loch ist schon voll wegen den anderen Fritzchens. Ach Gott. Oh Gott, das klingt wie ein Massengrab. Der Witz ist minus zwei Euro wert. Oh je. Ja. Na, pass auf. Was Vierjährige geil finden halt? Was soll ich machen? David hat geschrieben. Ich bin David21, Mathe-Student aus Berlin und habe gerade die letzte Folge gehört. Chaka, David. Ich mache leistungsorientierten Breitensport im Triathlon und höre sehr, sehr viele Podcasts auf dem Rad und der Arbeit und normalen Wegen und habe mit eurem Podcast letzten Freitag angefangen und habe heute Morgen die letzte Folge gehört. Oh Gott, wie viel Sport macht er denn? Was mich jetzt interessiert, war ich der Schnellste. Gab es jemanden, der den Podcast in unter acht Tagen durchgehört hat? Leistungsorientierter Breitensport, ist schon klar. Natürlich geiler Podcast. Julius, bleib stark mit dem Rauchen und fahr weiter Fahrrad. Wahnsinn. André, ich würde dich bitten, deine Chilis zu kommerzialisieren. Ich würde die kaufen. Aber David, was ist, was hast du denn bitte für ein Problem? Wie viel, du hast von Freitag auf was, auf Montag? Ja, genau, acht Tage. Okay, von Freitag auf Montag sind keine acht Tage, also von, 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 nee, ja, wie auch immer. Innerhalb von acht Tagen alle Podcasts gehört. Was hast du ansonsten gemacht in dieser Zeit? Das waren ja schon 48, 48, 100 Stunden sind zwei Tage, die du, also du hast sozusagen jeden Tag. Naja, ich würde mal sagen, wir können jetzt so auf 60 Stunden aufrunden. Das heißt, es sind 192 Stunden, die er insgesamt hatte, minus 100, äh, es sind 132 Stunden, die er quasi nichts gemacht hat und 60 Stunden voll gehört. Er hat, ja, er hat, er hat uns Binge-geheert. Ja. Binge-Hearing gibt's das schon? Das ab jetzt, seit David auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Ja. Naja, nee, also es gab's ja schon vorher, aber ich glaube ehrlich gesagt schon, dass er einer der schnellsten ist, aber liebe, also das kann man ja auch im Discord-Channel durchaus mal diskutieren. Ja. Wer es wie viel gehört hat, das muss ich jetzt auch nicht wissen, weil. Der Discord-Channel hat jetzt übrigens auch die 100-Leute-Marke durchbrochen. Wirklich? Ja. So viele. Das sind jetzt, glaube ich, schon 110 oder so. So viele Freaks. Ja. So viele Freaks auf einem Haufen. Geil. Ich find euch cool. Also, ich find euch auch, ich hab auch Angst, aber ich find euch auch cool. Silke hat, ähm, wieder ein Bild vom Gernika-Puzzle geschickt. Sie ist jetzt bei 75 Stunden, hat alle schwarzen Puzzleteile verpuzzelt. Es fehlen nur noch vereinzelte Übergänge und ich habe die ganzen Graustufen vor mir. Äh, ich weiß nicht, ob ich es unter 85 Stunden schaffe oder über 85 Stunden brauche, da es bei den schwarzen Teilen die ersten fünf Stunden nur sehr langsam voranging und... Entschuldigung. Und ab da der Christian-Meyer-Effekt einsetzte, da es nur noch wenige Teile waren, für die man nicht mehr allzu viele Möglichkeiten hatte. Das fand ich einen sehr guten Gedanken. Den Christian-Meyer-Effekt habe ich auch sofort in die Zerpedia aufgenommen. Es ist nämlich... Warte, ich guck nach. Zerpedia. Da an dieser Stelle sei hinzugefügt, die Zerpedia-September-Offensive läuft. Ich habe gestern Folge... Ich glaube, es war Folge 4 paraphrasiert, aufgeschrieben. Macht weiter, Leute. Meldet euch in der Zerpedia an und vervollständigt unsere Folgen. Die Links dazu sind alle in der Infobox von YouTube. Und ja. Ihr könnt auch gerne noch was zum Julentum schreiben. Ich weiß nicht, ob das schon komplett vollständig ist. Genau. Aber hat da jemand mal eigentlich drauf reagiert, dass ich mir da mal einmal Arbeit gemacht habe? Wahrscheinlich nicht, ne? Habe ich gerade nicht im Kopf. Also der Christian-Meyer-Effekt. Sichtbarer Erfolg durch das Ausnutzen der unsichtbaren Vorarbeit anderer. Habe ich das genannt. Beispiele. Person A recherchiert eine Woche lang für ein Referat. Person B hilft nicht bei der Recherche, präsentiert aber die Ergebnisse und wird deshalb für ihre unermüdliche Recherchearbeit gelobt. Auftreten 18. Juni 2019. Im Rahmen des großen Puzzles kommt es zum erstmaligen Auftreten des Effekts. Ausgangsposition war, dass Julius nach fünf Stunden intensiven Puzzles nur sehr wenig sichtbare Fortschritte beim Gerniker-Puzzle hatte machen können, da er sich maßgeblich auf das Sortieren der 3000 Puzzleteile fokussiert hatte. Als in der sechsten Stunde Christian-Meyer als Puzzle-Joker zugelassen wurde, begann dieser, aufbauend auf der Vorarbeit, plötzlich mehr und mehr Puzzle-Verbindungen herzustellen, weshalb der Anschein erweckt wurde, Julius sei absolut inkompetent und mit Christian als Hauptpuzzler wäre die Wette womöglich sogar geglückt. Ich finde es schön, wie viel Mühe du dir mit dieser Erklärung gemacht hast. Ich finde es auch gut, weil am Anfang dachte ich, das klingt ja sehr negativ für Christian, aber es ist ja eher positiv für mich, so muss man das ja sehen. Absolut und es ist nicht negativ. Das Beispiel mit dem Referat war so ein bisschen fies. Ja, ist aber so. Es ist ja auch fies, wenn das auftritt. Macht ja auch keinen Spaß. Aber das hat er ja nicht gemacht. Nee, da steht ja Person A und Person B. Ich weiß, gerade bei Referaten war es so, dass er immer die ganze Recherchearbeit gemacht hat. Sie war halt nur falsch. Nein, nein, das ist nur ein Beispiel, ein unpersönliches Beispiel, deswegen steht da Person A und Person B. Verstehe. Also das hat nichts mit Christian-Meyer zu tun. Moritz hat ... Hey, Mo! Moritz, ehemals jüngster Hörer, habe ich auch übrigens letztens einen Artikel erstellt. Das ist einfach ein Titel, der jetzt geführt wird im Universum, das Team Totale Zerredung. Ähm, Moritz hat sich beworben für das Amt des Tabletop- und Tradingcard-Ministers, da dies in den letzten Monaten einen festen Platz in meiner Freizeit eingenommen hat und ich das schon als Hobby bezeichnen müsste. Da dieses Amt jedoch nicht vergeben ist und ich gern belegen möchte, hier mein Wahlprogramm. Moritz, ich glaube, ähm, bewerben für Dings geht nicht. Für Ämter funktioniert nicht. Das ist immer eine zufällige Entscheidung, die passiert einfach. Ja, es wäre schlimm tatsächlich, wenn wir die Leute mit den besten Kompetenzen in dem Bereich, die das von sich selber denken, nehmen würden, weil dann hast du immer das Problem mit dem ... Du hast immer das Problem mit der Eitelkeit. Aber er hat was sehr Lustiges geschrieben, ähm, äh ... Aber wir können darüber mit den anderen Ministern natürlich und Ministerinnen natürlich diskutieren. Ich bin ja, und das ist eher so mein Punkt, also im Prinzip können wir von mir aus so viele Minister, Ministerinnen haben, wie wir wollen, aber am liebsten hätte ich natürlich eine Ministerin. Also nicht mal für das Amt, sondern das ist einfach ein geschlechtliches Ungleichgewicht, was mir grad ... Verstehe, also Moritz muss tatsächlich gerade ... Na, pass auf, er hat was Schönes geschrieben am Ende. Dass ich den Status jüngster Hörer verloren habe, ist bedauerlich, doch Henry hat einen schweren Fehler begangen, denn ich weiß jetzt, wo er zur Schule geht. Ein schwerer Fehler. Geil. Okay, also Henry sollte jetzt nochmal ein ganz kleines bisschen das fliegende Klassenzimmer lesen, um sich einfach vorzubereiten. Da steht jetzt einer vor der Schule, der sagt, okay, Henry, jetzt gibt's aufs Maul. Ja, ne, mit seiner Gang, mit den Jets. Ich meine, wenn Henry nicht mehr ist, dann ist Moritz wieder jüngster Hörer. André? Ja, das ist ... André, das sind Minderjährige. Es ist kein Aufruf, aber es ist ... Man muss sich mit der Möglichkeit auseinandersetzen. André, nee, muss man nicht. Isst lieber noch einen Schokobong. Ist es jetzt auch so, wenn du so harte Thesen äußerst, dass du die erstmal ein bisschen abmildern musst durch weiße Schokolade? Ja. Ah ja, das ist so niedlich. Ich stelle mir auch vor, wenn du irgendwann keine Zähne mehr hast, wie du dann trotzdem noch in deinen zahnlosen, schrumpeligen Mund dir so die weißen Schokobongs so reinflupst. Da gibst du auch den Witz mit der Oma, die dem Busfahrer jeden Morgen ... Mit den Haselnüssen vom Toffifee. Ja, oder vom Küsschen, kenn ich's, aber selber Witz. Ja. Felix. Hey, ihr zwei. Letzte Folge fragte André, wie wohl die Anhänger von Felix Lobrechts Fitnessprogramm heißen könnten. Felix? Ich wäre ja für Lobis. Und dann hat er einen Anhang angehangen aus der Wikipedia. Lobus, Lobi, der Lappen, die Lappen. Du bist fies, Felix. Und heißt auch noch selber so. Rebecca hat geschrieben, ich muss meine Nachricht erstmal mit einer Entschuldigung beginnen, da mein Handy kein Accent Tegue kann. Das ist okay. Was? Als nächstes möchte ich mich für euren Podcast bedanken. Darf ich kurz fragen? Entschuldigung. Ist das ein ... Also, können alle anderen Handys Accent Tegue noch dieses nicht? Also, ist das Handy verrückt? Also, ich glaube ja schon, Rebecca, dass das kann. Also, zur Not kann man das auch einfach googeln und kopieren. Ja. Als nächstes möchte ich mich für euren Podcast bedanken. Beginnen, begonnen, ihn zu hören, habe ich vor einigen Monaten, nachdem ich alle Folgen gemischtes Piep gehört habe. Und einen neuen Podcast für die sechs Tage bis zum Erscheinen der jeweils nächsten Folge brauchte. Ich arbeite seit kurzem als Tierärztin in einer großen Klinik in München und versuche, so oft es geht, mit dem Fahrrad eine Stunde zur Arbeit und zurückzufahren. Da mir dieser Job sehr viel abverlangt und mein Arbeitsweg nicht gerade kurz ist, habe ich nach Beschäftigung für meinen Kopf gesucht. Ursprünglich komme ich aus Döbeln. Zwischen Leipzig und Dresden gelegen, vielleicht kennt ihr den Ort. Kenn ich. Ah, na klar. Klar, ein Treiber, das war euch schön. Wie die Mutti, wie die Mutti vom Kessner, die kommt auch aus Döbeln. Und obwohl mir die ersten 19 Jahre meines Lebens dort nicht fehlen, so rufen eure Stimmen doch ein wohliges Heimatgefühl in mir hervor. Jetzt gerade laufe ich durch Grado, ein kleiner Ort an der Küste in Nordostitalien, so ziemlich der touristischste Ort, in dem ich je Urlaub gemacht habe. Tiefenentspannt und TDZ-hörend, was ich in den letzten Monaten gebinght habe. Heute ist Folge 44 dran und ich werde verständnislos angeschaut, da ich kichernd durch die Straßen schlendere. Die Leute wissen ja nichts von eurer grandiosen Wortschöpfung der Zurörenden. Dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Ich sende euch liebe Grüße, Rebecca. Das ist aber nett, Rebecca. Das ist eine sehr nette Nachricht, ja. Ja, und das ist, glaube ich, auch die Letzte. Ist das so? Ja. Okay, André, dann haben wir eigentlich nur noch eine Aufgabe. Ne, zwei, warte. Wollt ihr schon wieder aufstehen? Oh, ach so, ich habe es schon wieder vergessen. Es kann ja ruhig heute auch ein bisschen länger sein, wenn wir... 50. Folge feiern? Ja. Nimmst du dir da einfach mal Gläser raus da oben, ne? Ja, guck mal, ja. Vielleicht sprudeln die auch. Ja, Frosen. Ja. Entschuldigung. Ich hätte gern Frosen. Das ist jetzt Sinalco Cola Mix Grapefruit mit extra Koffein. Das riecht nach... Das riecht nach Grapefruit. Ja. Grapefruit. Grapefruit. Oh, es riecht wirklich nach Grapefruit. Kannst du es bitte nochmal sagen, André? Grapefruit? Kannst du es bitte sagen, während du ein Schokobock isst? Ne. Ich muss ja jetzt den Geschmack eigentlich rauskriegen. Grapefruit. Zum Wohl. Boah, der Grapefruit-Geschmack ist nicht so meins. Aber es ist nicht so penetrant, wie wenn man wirklich Grapefruit trinkt. Also es ist schon okay. Ich mag ja Grapefruit. Mein Problem, zu viel Koffein. Wie du schmeckst das Koffein? Ja, klar. Ist das dieses Bittere? Ja. Oh nein, das ist auch Grapefruit. Also das Grapefruitige wird noch vom Koffein verstärkt. Ach so, das ist dieses Platte, was man am Ende merkt. Was einem so bei Chinin. Ja, oder Chitin. Meine ich. Chitin sind die Panzer von den... Na, das meine ich. Das, wo dem einen von uns mal so schlecht wurde. Also nicht von uns beiden, sondern so schlecht wurde, weil er einfach drei Liter Tonic getrunken hat. Und dann hat er einen Panzer bekommen und es ihm schlecht geworden. Das ist aber Chinin. Er hat Chinin getrunken und in Chitin ein Panzer bekommen. Ach, das ist das. Genau. Aus Chinin wird Chitin. Aus Chinin wird Chitin durch Chemie. Ah, das kommt aus Chititin? Sichi. Ich weiß nicht, ich kann noch nicht so richtig viel... Perlage, also es hat jetzt... War ganz schön unsprudelig dafür, dass... Dass so viele Perlen drin waren. Ja. Also nee. Geschmack, Geschmack bis auf ein bisschen Bitterkeit schon eher langweilig. Mhm. Also es ist nicht mal... Dann ist nicht mal der Grapefruitgeschmack so doll da. Ja. Größe halt ein Liter ist immer blöd. Ist Cola-Mix dann schon Spezi? Also ist es quasi Spezi mit Grapefruit? Genau. Es ist sozusagen... Es ist das Schöfferhofer... Es ist das Schöfferhofer nur von Sinalko. Es ist quasi... Es ist quasi Cola-Radler. Preis 5? Kostenlos? Genau. Nee, aber ich glaube... Ich habe es vergessen. Aber es war nicht teuer. Es war Supermarkt. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie mehr als 5 Euro für dich ausgegeben. Verfügbarkeit habe ich tatsächlich noch nicht gesehen gehabt. Verfügbarkeit Mittel. Mhm. Ja. Und Dessant? Dessant? Scheiße. Scheiße? Also ich finde es hässlich. Hast du es? Ja, das Schöne ist es jetzt nicht. Also... Naja, ich würde mal sagen eine 2. Ähm... Hast du noch mal an? Naja, nee, das ist schon ein bisschen langweilig. Ist es ein Blau da noch drin? Ja, das verstehe ich nicht. Von der AfD her? Nee, das ist... Das ist nicht so... Nicht so der Oberkracher. Nicht so eine gute Cola? Nee. Hier kann ich dir übrigens zeigen... Ähm... Habe ich schon bewertet. Ah. Fever Tree Cola Madagaskar. Madagaskian Cola. Kost mal. Ich würde mal interessieren, ob dir die schmeckt. Aber ich würde die jetzt nicht aufmachen. Ach so. Lass die mal bis nächste Woche drinstehen. Okay. Okay? Ja. Gut, ansonsten kann man nur noch sagen... Äh... Redet nicht mit Populisten. Äh... Sondern nur mit ihren... Mit ihren Schafen. Äh... Und wählt keine Nazis. So ist es. Gibt es noch Schengel? $000,000. $000,000. $000,000. $000,000. $000,000. $000,000. Dann 빨리 fits sich dazu. And three niets. So dann sollte ich formatting.